Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Kunalot und Christian Schmidt. Das Spiel ist in der einen oder anderen Form von einer Reihe alter Völker gespielt worden, darunter auch von den Azteken und den Wikingern. Der Ball bestand stets aus irgendetwas halbwegs rundem, zum Beispiel aus aufgeblasenen Tierorganen oder ausgehöhlten Schädeln. Der Sport, wie wir ihn heute kennen, begann vor einigen Jahrhunderten Gestalt anzunehmen. Erst als er im vergangenen Jahrhundert an englischen Eliteschulen gespielt wurde, entstanden jedoch Regeln. Bei den Besprechungen und Diskussionen gab es im Grunde genommen zwei Lager. Die einen wollten das Handspiel zulassen, die anderen nicht. Die erste Gruppe beschloss, die Regeln zu verabschieden, die an der Eliteschule in Rugby gespielt wurden, während die anderen das Spiel in seiner modernen Form vollendeten. 1863 wurde ein leitender Verband gegründet und so nannte man das Spiel Verbandsfußball oder auch schlicht Fußball. Christian, hast du dir was angelesen? Ich habe das Handbuch von MicroProSoccer gelesen und da gibt es einen länglichen Abschnitt über die Geschichte des Fußballspiels und das ist nur der Einstieg, den ich hier gerade vorgelesen habe. Aber da sind wir doch gleich wunderbar drin im Thema. Wir sprechen doch gar nicht über MicroProSoccer oder nur am Rande, wir sprechen über Sensible Soccer. Das ist das heutige Thema und da hätte es im Handbuch einen Abschnitt gegeben, der dir viel besser zu Gesicht steht, Christiane. Da steht nämlich Spielregeln für den Laien erklärt. Zwei Mannschaften mit je elf Spielern stehen sich gegenüber. Wir sprechen über ein Fußballspiel und wie man weiß, als langer Hörer dieses Podcasts, ist das jetzt nicht meine starke Seite, das Fußballspiel. Aber das Computerspiel ja schon und ich habe Sensible Soccer natürlich damals auch gespielt. Nicht auf dem Amiga, den hatte ich ja nicht, aber auf dem PC. Und dachte mir, naja, über mein Wissen als Computerspieler wird es ja kein Problem sein, mich dem wieder zu nähern und mir das zu Ende schließen. Und das war nicht richtig. Das war ein Irrtum, würde ich sagen, aber das kann ich später nochmal erzählen. Ja, jetzt bist du aber natürlich gefangen. Ich musste über Civilization sprechen, jetzt sprechen wir mal über ein Fußballspiel. Das ist nur fair. Ah, das hast du jetzt davon. Warum sprechen wir denn über dieses Fußballspiel? Weil es ein relevantes Fußballspiel ist und eines der meistverkauften Fußballspiele, bevor es zu FIFA kam. Man kann ja Fußballspiele in die Prä-FIFA- und Post-FIFA-Ära einteilen und 1994, 95, 96, dann fingen so die Fifas an. Und dann entspannt sich dieser ganze Arm der Zeit mit FIFA gegen Pro Evolution Soccer. Die machen wir mal irgendwann in einer anderen Folge. Aber davor, da gab es ja auch schon Fußballspiele. Und Sensible Soccer war das beherrschende Fußballspiel für den Amiga. Es gibt ja diese berühmte Liste von zehn wichtigsten Spielen der Weltgeschichte sozusagen. Also das ist ein bisschen hochgegriffen, aber es gab im Jahr 2007 an der Stanford University ein Projekt, da sollte eine Art Kanon erarbeitet werden. Eine Vorschlagsliste für Spiele, die in die Library of Congress aufgenommen werden sollten, also in die offizielle Bibliothek der US-Regierung. Und da gab es dann ein Gremium von fünf Leuten, zwei Akademiker, zwei Spieldesigner. Das waren Warren Spector und Steve Moretzky und ein Journalist. Und die haben eine Liste erarbeitet von diesen zehn Spielen. Und auf dieser Liste steht Sensible World of Soccer. Also einer der Nachfolgeteile des ursprünglichen Sensible Soccers. Sehr überraschend, finde ich, wenn wir über die zehn wichtigsten Spiele der Spielegeschichte nachdenken, dann kommt man nicht als erstes auf ein Sensible Soccer Spiel. Aber diese, noch dazu diese amerikanischen Leute, haben dem diese Bedeutung beigemessen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir heute ergründen können, warum. Um das gleich kurz klar zu machen, weil ich will gar nicht so sehr auf die Folgegeschichte von Sensible Soccer Nachfolgern eingehen. Wir sprechen über Sensible Soccer, also das Original von 1992 für den Amiga und den Atari ST. Und es gab da noch eine ganze Reihe von Nachfolgern, Varianten und Updates. Und aus der heutigen Sicht ist sich das Fandom einig. Der beste Teil dieser ganzen Serie ist Sensible World of Soccer in der Edition 96-97. So, damit haben wir das vom Tisch. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das das gleiche Spiel unter anderem Namen. Also im Kern ist dieses Spiel über sechs oder sieben Jahre immer wieder rausgekommen. Aber unter der Haube ist es das gleiche Ding. Ja, das ist das gleiche Spiel. Es gibt zwei, drei kleine Änderungen und die späteren Teile haben einfach mehr Features. Zum Beispiel einen Manager-Modus und sowas. Aber das ist für unsere Besprechung hier von dem Kernspiel auch gar nicht so ganz relevant. Ja, dann, Christian, dann steigen wir mal ein. Oder willst du noch ein bisschen über Fußball reden vorher? Noch ein bisschen fachsimmeln. Ich möchte so wenig wie möglich über Fußball reden in dieser Folge. Aber das wird sich nicht vermeiden lassen, habe ich das Gefühl. Gut, ja, dann steigen wir doch ein mit der Herkunft, oder? Würde ich sagen, von Sensible Soccer. Und das Schöne an dem Namen des Spiels ist, dass es uns ganz automatisch schon zu der Firma bringt, bei der das entstanden ist. Es ist eine Firma, die endlich, endlich nach all den Jahren hier zum ersten Mal bei Stay Forever auftaucht. Nämlich Sensible Software, eines der wichtigsten Spielestudios der Amiga-Ära. Eigentlich auch der C64-Ära, also der 80er und 90er in England. Und wir haben es bisher sträflich vernachlässigt. Und jetzt sprechen wir endlich über ein Spiel von Sensible Software. Es gelingt ja nicht allen Studios, überhaupt ein, sagen wir mal, Stay Forever-Kanon würdiges Spiel zu machen. Und dieses Studio hat vier. Und wir besprechen jetzt das erste. Und die anderen drei kommen halt irgendwann mal, mal gucken, wann wir dazu kommen. Aber wir müssen noch mehr von denen besprechen. Aber dazu kommen wir gleich, wenn ich in Jubelschreie ausbreche bei dem einen oder anderen Titel. Okay. Wir gehen ein ganzes Stück zurück erstmal. Wir sind im Jahr 1985, als die Geschichte beginnt. Und die Hauptperson ist John Hare. Das ist ein Teenager aus Chelmsford. Chelmsford. Wahrscheinlich spricht man es aus Chelmsford in England. Das ist in Essex. Das ist auf der Landkarte so leicht rechts von London. Die Leute, die da in dieser Gegend wohnen, wohnen schon ordentlich auf dem Land. Können sich aber noch irgendwie urban fühlen, weil London so nah ist. Wir haben mit John Hare für diese Folge auch gesprochen. Die eingespielten O-Töne in der Folge entstammen unserem Interview. Wir haben diese Folge wie immer in zwei unterschiedlichen Folgen angelegt. Es gibt eine, wo die O-Töne so stehen geblieben sind. Und es gibt eine, wo die O-Töne übersprochen worden sind, um es für Leute, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, leichter zu machen. Die Stimme des Overvoicings ist von Dennis Richtarski wie immer. So, dann fangen wir auch mal an mit einem Zitat. Ich habe meine Reise in die Welt der Computerspiele im Jahr 1985 begonnen. Und es ist vielleicht interessant, sich daran zu erinnern, wie das damals in Großbritannien im Jahr 1985 aussah. Das waren die Margaret Thatcher Jahre. Und ich war 19 Jahre alt. Die 80er gelten in der Rückschau heute ein bisschen als goldenes Jahrzehnt, als Phase der relativen Stabilität, bevor dann am Ende der Dekade ja der Zusammenbruch der Sowjetunion kommt und sich die Weltordnung auflöst. In Deutschland ist Helmut Kohl Kanzler seit 1982. Die ersten acht Jahre seiner langen Herrschaft fallen in die 80er. Friedrich von Weizsäcker wird 1984 Bundespräsident. Und die Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland in diesen Jahren. Aber es bleiben trotzdem große gesellschaftliche Umwälzungen aus. Es ist vergleichsweise ruhig. In Großbritannien wehen rauere Winde, weil da ist nämlich, wie John Hare gesagt hat, Margaret Thatcher, Premierministerin. Und die hat einen ganz anderen Auftrag als Helmut Kohl hier. Die hat vor, das Land umzubauen. Die lässt öffentliche Services privatisieren. Die baut den Wohlfahrtsstaat zurück. Die beschneidet den Einfluss der Gewerkschaften drastisch. Die Arbeitslosigkeit wächst in diesem Zuge sehr viel dramatischer als in Deutschland. Und es gibt große, lang andauernde Streiks und soziale Unruhen. Zurück zu John Hare. Um die Dinge zu verstehen, die er Mitte der 80er dann tut, in der Spielebranche, müssen wir noch kurz weiter zurück. Ich wollte damals einfach mein eigenes Ding machen. Also haben mein Freund Chris Yates und ich, wir kannten uns aus der Schule, mit 15 eine Band gegründet, im letzten Jahr der Highschool. Wir haben massig Musik zusammengeschrieben und ein paar Auftritte gehabt. Es hat mit der Musik nicht recht irgendwo hingeführt und wir haben das nicht wirklich ernsthaft verfolgt. Aber wir haben fünf Jahre lang Musik gemacht, bevor wir überhaupt ein Spiel entwickelt haben. Und das ist wichtig, um meine Beziehung zu Chris zu verstehen. Vier Jahre vorher, also vor dem Jahr 1985, gründet John mit seinem Jugendfreund Chris eine Band. Erst heißt sie Toys, Zeus, dann Deuce, dann Hamsterfish, dann Darklobe. Sie haben ein bisschen Erfolg und sie spielen schon mal vor 80 Leuten, aber es ist noch nichts so richtig Großes. Und die beiden Freunde entwickeln aber dabei in dieser Band eine veritable Kreativpartnerschaft. Die schreiben zusammen Songs und entwickeln Ideen. Der Chris ist eher ein bisschen der introvertiertere, der ruhigere Part. Er spielt die Liedgitarre. John ist extrovertiert und kompetitiv. Er singt und spielt Rhythmusgitarre und Bass. Und wenn ich das schon so sage, ich habe hier eine seltene Liveaufnahme von 1984. Wir hören uns mal ein paar Takte von deren Musik an. Das Stück ist Narcissus von der Band Darklobe. Und der Song wurde später die Basis von Victims of War. Das ist ein Stück in dem Spiel Canon fordert, das auch von Sensible Software ist. Ich wusste nicht, dass du so viel zu mir warst. Ich wusste nicht, dass du so viel zu mir warst. Ich wusste nicht, dass du so viel zu mir warst. Aber nachher habe ich gesehen, was ich zu sehen, was ich zu sehen. Ja, weiß nicht, ob man darauf eine Karriere hätte aufbauen können. Aber es klingt sehr nach der Zeit. Ich hatte Punk erwartet, ohne darüber nachgedacht zu haben, was der John Herr wohl für Musik macht. Aber natürlich, er kommt ja in seinem Musikgeschmack aus den 70ern und war ein Fan von Rush. So klingt das eher. Ist jedenfalls vielleicht ganz gut, dass er nicht Musiker geworden ist. Ich finde das immer schön, wenn Menschen verschiedene Talente haben. Die Musik ist ja nun ein Talent von John Herr und da kommt ja gleich noch ein neues dazu. Denn jetzt sind wir wieder im Jahr 1985, das er am Anfang schon erwähnt hat. Da passiert nämlich für die beiden, für John Herr und Chris Yates etwas Wichtiges. Die kommen nämlich zufällig in die Games-Branche. Die haben beide zu dem Zeitpunkt versucht zu studieren, haben das abgebrochen, halten sich dann mit kleinen Jobs über Wasser. Und der Chris, der lernt nebenbei das Programmieren auf einem ZX81. Bastelt dann da eine kleine Demo zusammen. Da drin kann man Snoopy, den Hund aus den Peanuts, rumfliegen auf seine Hundehütte. Und damit kommt er dann unter bei LT-Software. Das ist eine kleine Software-Butze in Baselton. Das ist ein Ort östlich von London. Die heuern ihn in erster Linie dafür an, dass er da Portierungen macht und so kleinere Auftragsarbeiten für andere Studios. Also das LT-Software vermittelt ihn sozusagen in andere Projekte. Und das erste Projekt, das er da bekommt, den ersten Auftrag, das ist eine Portierung. Auf dem C64 ist ein Spiel erschienen namens Gandalf the Sorcerer von Publisher Timex. Das ist so ein simples Actionspiel. Und das soll der Chris Yates auf dem ZX Spectrum portieren. Das macht er dann auch. Dort kriegt es einen anderen Namen, nämlich Zod of the Sorcerer. Was ein Wortspiel ist im Englischen. Zod of heißt so viel wie verpiss dich. Da stellt sich dann also raus, dass mit der Programmierung, das kriegt der Chris Yates ziemlich gut hin. Aber er soll natürlich auch die Grafiken übertragen auf diesen anderen Rechner, auf den ZX Spectrum. Und das ist jetzt nicht seine große Stärke. Aber da kommen wir wieder zu den Talenten. Das wiederum kann sein Kumpel der John, der John Herr. Der hilft ihm da aus, macht die Grafiken und dann sind die schon wieder ein Kreativteam. Nur jetzt nicht mehr nur bei der Musik, sondern eben im Spieleentwickeln. Und nachdem sie so auf diese Weise ein paar von diesen kleinen Auftragsarbeiten gemacht haben, dürfen sie dann sogar ihr erstes eigenes Spiel entwickeln. Und das heißt Twister Mother of Charlottes. Das erscheint bei System 3. Das ist ein großer englischer Publisher und wird dorthin vermittelt von diesem LT-Software. Und über dieses Twister Mother of Charlotte sagt der John Herr folgendes. Das war unser erstes Spiel und das war schon okay. Nach diesem Spiel haben wir herausgefunden, dass LT-Software nichts beigetragen hat. Wirklich, sie hatten nichts gemacht. Sie hatten den Deal geholt und das war's. Sie nahmen 85% des Geldes und für uns blieben 15. Und wir sagten uns nun, wir beide haben hier buchstäblich die ganze Arbeit gemacht. Das machen wir nicht noch einmal. Also das ist ein Achtungserfolg, aber John Herr und Chris Yates sind trotzdem sehr unzufrieden. Die fühlen sich betrogen, denn wir haben es ja gerade gehört, LT hat ihrer Meinung nach überhaupt nichts beigetragen zu diesem Erfolg, kassiert aber einen Großteil des Umsatzes. Und das ist die Initialzündung für die beiden, dass die jetzt eine eigene Firma gründen. Eine Personengesellschaft, also das, was in Deutschland eine GbR wäre, und die trägt schon den Namen Sensible Software. Dafür malt John das Logo, der ist ja der Grafiker in diesem Duo. Und ab jetzt sind sie keine Zuarbeiter mehr, sondern ein richtiges eigenes Entwicklerstudio. Brauchen natürlich immer noch Publisher, Geldgeber logischerweise, aber immerhin machen sie ihre Spiele jetzt in Eigenregie, nicht in Büros, sondern im Kinderzimmer von Chris Yates. Und dass sie diese Firma gründen können, da wiederum hilft ihnen die Zeitgeschichte ein bisschen, die politische Situation in England, denn die Thatcher-Regierung will kleine Unternehmen fördern und setzt deswegen eine Reihe von Programmen auf. Und eines heißt Enterprise Allowance Scheme. Das ist sowas ähnliches wie hier bei uns der Existenzgründungszuschuss. Man bekommt da dann in diesem Gründungszuschuss eine feste Summe pro Monat, wenn man aus der Arbeitslosigkeit heraus gründet. Jetzt sind Chris und John ja nicht direkt arbeitslos. Die arbeiten ja als Freelancer für LT-Software. Also melden die sich extra arbeitslos, 13 Wochen lang, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Und dann brauchen sie auch noch ein Startkapital auf ihrem Konto, 1000 Pfund. Die machen sie noch, indem sie so kleinere Projekte wieder für LT-Software, Zähne knirschen, vermutlich abarbeiten. Und sobald sie dann aber in der Lage sind zu gründen, machen sie das. Das ist 19 Jahre alt, 20 Jahre alt. Ich war 20, Chris war immer noch 19. Wir gingen zu Ocean in Manchester, damals der größte Publisher. Wir zeigten unsere Demo und sie waren begeistert. Am ersten Tag unseres Unternehmens saßen wir in einem Büro mit einem großen Geschäftsmann, der sagte, wir haben gehört, euer Spiel ist gut. Er sagte, hier ist ein Vertrag, hier ist ein Scheck über 1000 Pfund. Das ist doch unglaublich, wenn man bedenkt, dass das der erste Tag war, an dem wir Kids versuchten, Geschäfte zu machen. Ich erinnere mich, wir sind zurückgefahren im Speisewagen. Es gab damals noch Speisewagen in den Zügen und man durfte daran rauchen. Wir saßen im Speisewagen, rauchten Zigarren und sangen We're in the Money, wie in diesem Musical-Lied. Natürlich war es ein fürchterlicher Vertrag und wir haben nie Tantiemen bekommen. Langfristig war es finanziell nicht so doll für uns. Aber es war ein toller Durchbruch, mit einem der besten Publisher zusammenzuarbeiten, vielleicht dem besten in Großbritannien zu der Zeit und einem der besten in Europa. Sie kriegen jetzt einen bedeutenden Deal mit einem der größten Publisher Englands. Sie machen einen Termin bei Ocean Software in Manchester, haben da einfach angerufen. Sie zeigen eine Demo ihres neuen ersten eigenen Spiels, das heißt Parallax. Man darf raten, was für eine Art von Scrolling drin vorkommt. Das ist für den C64 und sie kriegen instant einen Vertrag über 5000 Pfund Garantiesumme. Das läuft immer so mit diesen Summen, dass die Garantiesumme was ist, was man auf jeden Fall kriegt und dann kriegt man hinterher noch Royalties und die werden so lange gegen diese Garantiesumme gerechnet, bis die Garantiesumme überschritten ist und dann kriegt man noch mehr Geld. Aber erstmal muss man mit den Royalties die Garantiesumme abverdienen. Damit wird auf Schindluder getrieben, dass man halt eine Garantiesumme bekommt in dieser Zeit und dann sagt der Publisher, huch, ist gar nichts übrig geblieben. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls 5000 Pfund Garantiesumme ist ja schon mal eine Ansage für junge Leute und John Woods, der Ocean Chef, der weiß, wie man junge Leute beeindruckt und dann schreibt er ihnen direkt im Büro den ersten Check gleich aus, über 1000 Pfund. Und dann kommen die sich vor wie Könige. Dann fahren sie im Speisewagen zurück, rauchen Zigarren im Speisewagen, sowas durfte man ja damals noch, und singen den alten Musical-Song We're in the Money von Ginger Watchers. Am Ende ist es ein schlechter Deal, aber ist ja egal, sie sind im Geschäft. Und das Parallax, das ist gar kein schlechtes Spiel. Es ist ein ambitioniertes Spiel, ein Weltraumspiel. Das hat so eine Art Ebene, über die man fliegt, wie bei Eurydium. Man kann auch unter diese Ebene fliegen. Die Ebenen scrollen logischerweise dann unterschiedlich voneinander. Aber, und das ist nachgerade absurd, der Pilot kann auch aussteigen und herumlaufen und dann da zu Fuß noch Sachen machen. Also Action-Adventure-mäßig fast. Heinrich Lennart nennt es in der Powerplay eine ansehnliche Mischung aus Action-Adventure und Ballerspiel. Und er bescheinigt dem Titel einen komplexen, abwechslungsreichen Spielablauf. Ich möchte fast sagen, einen unnötig komplexen Ablauf. Aber es ist echt ein kompetentes Spiel und das macht auch Spaß. Man kann das noch ganz gut spielen, für so ein C64-Spiel halt von 1985. Gar nicht so schlecht. Die Musik dafür schreibt Martin Galway. Und Martin Galway ist ja eine von den englischen 8-Bit-Ära-Musiklegenden. Da überläuft mich so ein Schauer, wenn ich an den Martin Galway denke, wenn ich den Namen schon lese. Und aber der Martin Galway war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und saß in dem Büro bei Ocean, wo die hingekommen sind, um diesen Deal zu machen. Da saß der und war zuständig für die beiden Jungs von Sensible Software. Naja, jedenfalls grooven die sich dann so als Zweierteam ein und machen dann das nächste Spiel wieder bei Ocean Software. Da stellen sie ihren Nachfolgetitel zu Parallax vor. Diesmal heißt das Spiel Whizball. Und diesmal erhalten sie gleich 8.000 Pfund Garantiesumme, immerhin 3.000 Pfund mehr. Und ehrlich, Whizball ist eines der besten C64-Spiele, das ich damals gespielt habe. Ich will dazu gar nicht so viel erzählen. Dazu machen wir sicher mal eine eigene Folge. Aber es ist ein sensationelles Spiel. Das kann man zu zweit kooperativ spielen. Und ich habe das Nächte durch, soweit man das mit 15 nachts spielen darf, mit meinem Freund Marco gespielt. Irgendwann haben wir es mal bis, keine Ahnung, bis Mitternacht gespielt. Und dann fiel den Eltern von Marco auf, dass wir noch wach waren. Und dann kam die Mutter rein und sagte, ihr müsst sofort aufhören. Und dann sagte Marco, wir stehen vor einem wichtigen Durchbruch in der Geschichte der Computerspiele. Wir sind kurz vor dem nächsten Level. Das geht nicht. Er musste irgendwas sagen ganz schnell. Es war so wichtig. Wir konnten nicht aufhören. Dann hat er uns noch eine halbe Stunde spielen lassen. Und auch bei dem Spiel ist Martin Galway wieder an Bord. Macht sensationelle Musik dafür. Und da passt alles zusammen für dieses junge Team. Das Spiel sieht super aus für die Zeit. Es steuert sich super. Es läuft flüssig. Hat ein cooles Spielprinzip, das es zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt. Die sind hier nur ein Jahr nach der Firmengründung schon auf einem kreativen Höhepunkt angelangt. Wir haben uns nie gestritten. Wir hatten keinen einzigen Tag Streit. Die ganze Zeit nicht. Keinen einzigen. Offensichtlich waren wir emotional sehr aufeinander abgestimmt und wussten, wie wir miteinander arbeiten konnten. Und es war einfach einer dieser glücklichen Zufälle. Mein Leben wäre wirklich nicht dasselbe gewesen, wenn ich Chris nicht getroffen hätte. Also da scheinen sich die Richtigen getroffen zu haben. Der Höhenflug geht ja jetzt weiter noch über weitere Projekte. Wir sind ja noch lange nicht bei Sensible Soccer angekommen. Was Sensible Software jetzt in nächster Zeit macht, ist so eine Art Publisher-Hopping. Die waren ja jetzt bisher bei Ocean mit diesen beiden Projekten. Aber jetzt geht es dann zu anderen Publishern. Von Ocean nehmen die beiden aber den Martin Galway erst mal mit. Der wollte eigentlich Ocean eh schon verlassen. Der wollte nämlich nach Amerika gehen. Hat ein Angebot von Origin Systems bekommen. Also den Ultima-Machern von Richard Garriott. Aber dann machen ihm John und Chris ein Gegenangebot. Er soll doch in England bleiben. Und er soll als Teilhaber bei Sensible Software einsteigen. Also aus der Zweimann-Firma eine Dreimann-Firma machen. Das macht er dann auch. Der Galway, der kommt aber gar nicht primär als Musiker zu Sensible Software, sondern als zweiter Programmierer neben Chris Yates. Dann machen die als nächstes Projekt Shoot'em Up Construction Kit für Firebird. Das ist auch wieder ein Klassiker, ein großer Hit. Dann kommt 1988 Microprose Soccer. Und das ist für unsere Erzählung jetzt das erste wirklich wichtige Spiel. Wichtig genug, dass wir da gleich nochmal drauf zurückkommen. Deswegen erzähle ich da jetzt einfach mal drüber hinweg. Aber an der Stelle nur kurz gesagt, Microprose ist ja eigentlich eine US-Firma. Die Firma von Bill Steeley und Sid Meier hatten wir gerade in der Civilization-Folge. Die haben aber eine englische Dependence, die ziemlich eigenständig ist, die als Publisher agiert und auch englische Projekte anwirbt. Und so eben unter anderem auch dieses Microprose Soccer von Sensible Software. Die zahlen ziemlich gut. Da kriegen sie den bisher höchsten Vorschuss, 30.000 Pfund. Aber die Chemie stimmt nicht richtig. Und dementsprechend machen der Herr und der Jets keine weiteren Projekte mit Microprose. Obwohl das ja einigermaßen naheliegend wäre, weil Microprose ist natürlich eine große Nummer im Markt. Naja, stattdessen ist das nächste Projekt, das sie machen, dann für Origin. Da gibt es ja schon den Kontakt hin über den Martin Galway. Da sollen sie ein Rollenspiel entwickeln, nämlich Touchstone. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ihnen ein Projekt fehlschlägt. Dafür künsteln sie sich unterwegs. Das scheitert vor allen Dingen daran, dass das ein Projekt ist, bei dem der Chris Yates nicht dabei ist, sondern da ist jetzt der Martin Galway der Programmierer. Und der ist nicht so ein guter Programmierer wie Chris Yates. Also der übernimmt sich da. Dementsprechend scheitert dieses Projekt. Dann steigt der Galway auch aus. Also dass das jetzt fehlgeschlagen ist mit dem Spiel, ist einer der Gründe für die Trennung, aber nicht der ausschlaggebende. Der Galway will immer noch zu Origin. Er will immer noch über den Teich. Und dieses Mal macht das auch wirklich. Und wird dann da auch der Leiter der Soundabteilung. Macht da den Sound unter anderem für weitere Ultima- und Wing Commander-Teile mit und so weiter. Sensible Software ist mittlerweile auch in eigenen Büros. Angekommen, nicht mehr im Kinderzimmer von Chris Yates. Die ziehen in ein Dorf namens March in den Norden von London. So, jetzt sind die beiden also wieder die alleinigen Inhaber und machen dann weiter, aber in echt schneller Folge. Da kommt 1989 dann ein an Defender angelegtes Actionspiel namens Insects in Space. Das kommt für den Publisher Hewson. Dann machen sie 1990 wieder ein Sportspiel International 3D Tennis. Das kommt für den Publisher Palace. Dann geht es 1991 mit einem frühen Echtzeitstrategiespiel weiter. Megalomania. Das kommt über Mirosoft. Und das ist jetzt auch ihr erstes Amiga-Spiel. Bisher waren sie auf dem C64 als Lead-Plattform unterwegs. Jetzt kommt der Sprung auf den Amiga. Von diesen drei Spielen, die ich jetzt aufgezählt habe, da ist das einzige Relevante eigentlich Megalomania, das auch sehr gut bewertet ist und vor allem in England ein erfolgreiches Spiel. Aber viel interessanter in diesem Zusammenhang ist, jedes Spiel, das sie machen, ist was anderes. Die wechseln die Genres, die wechseln die Spielarten, die Anmutungen. Also auch von einem klassischen 2D-Sidescroller hin zu einem 3D-Tennisspiel. Das hat tatsächlich Vektorgrafik. Also die sind nicht festzunageln, die beiden, dieses Dreamteam Herr und Herr jetzt. In Interviews haben die manchmal erzählt, dass sie 50% seriöse Spiele und 50% unseriöse Spiele machen, was ich ganz hübsch finde. Ob das Absicht war oder hinterherige Beurteilung, vermutlich eher Letzteres. Aber man merkt, die haben zumindest mal viele Ideen, die beherrschen auch einfach ihre Technologie. Die ziehen ja dann nahtlos vom C64 auf den Amiga um und sind auf dem Amiga auch gut. Und in den 80er Jahren war das so, dass der Chris Yates meistens der ist, der dann rumprobiert und irgendein Experiment anfängt. Und dann steigt der John Herr drauf ein und dann machen sie daraus das Spiel. Die Steuerung kommt meistens von Yates, die Levels, das grundsätzliche Design, die Struktur der Spiele kommt meistens von John Herr. Und der Herr benimmt zusätzlich auch den Großteil des Business Aspeks. Also er führt die Mitarbeiter, die sie jetzt dann langsam anfangen einzustellen. Er führt die Verhandlungen mit den Publishern und so weiter. Das eben erwähnte Megalomania, das machen sie, wie du gesagt hast, für einen neuen Publisher, Mirrorsoft, mit dem sie noch nicht gearbeitet haben. Mirrorsoft ist eine große Nummer in UK damals. Das ist der Publisher von CinemaWare und von den Bitmap Brothers. Megalomania ist übrigens auch eine eigene Folge wert irgendwann mal. Das ist so ein fildes, abgedrehtes Götterstrategiespiel, ein bisschen inspiriert von Populous. Und da können wir an dieser Stelle auch gleich mal einen Fehler berichtigen. Wir hatten nämlich leichtsinnig in der Civ-Folge gesagt, Civilization sei das erste Spiel mit einem Tech-Tree gewesen. Und das ist nicht korrekt. Megalomania ist ganz knapp früher dran, mit einem möglicherweise leicht rudimentäreren Tech-Tree, aber auch ein Tech-Tree. Und am Ende der Entwicklung von Megalomania kehren sie zu einem Feld zurück, das sie schon mal beackert haben. Gegen Ende von Megalomania wurde ich ziemlich unruhig. Als Grafiker wartete ich darauf, dass die Programmierung fertig wurde und es dauerte ewig, bis wir die Spiele fertiggestellt hatten. Ich begann mit den Megalomania-Männchen herumzuspielen und zog sie in kleine Fußballtrikots an. Ich bin Fan von Norwich City. Also trugen sie gelbe Hemden, grüne Shorts und gelbe Socken. Sie liefen in der Ebene zwischen den Fabriken und den Minen und all den anderen Megalomania-Gebäuden herum. Weil Sensible Soccer, wie Herr eben gesagt hat, direkt aus Megalomania erwächst, bleibt auch das Kernteam bestehen. Und das Kernteam heißt hier gar nicht Chris Yates und John Hare, sondern John Hare und Chris Chapman. Chapman kam als Amiga-Programmierer an Bord, als der Yates gerade noch mit dem Tennisspiel beschäftigt war und hat dann direkt den Lead bei Megalomania übernommen. Und überhaupt beschreibt John, dass sich in dieser Zeit das Verhältnis zwischen den Gründern verschoben hat. Wie du gesagt hast, zu den 8-Bit-Zeiten war Chris immer derjenige mit den Ideen gewesen, der mit seinen Experimenten das so angefeuert hat. Und jetzt wird John die treibende Kraft. Unter anderem, weil ihm dieses Studio-Lenken, dieses Managen von anderen Leuten, überhaupt die Zusammenarbeit mit anderen Leuten einfach mehr liegt. Und weil das jetzt größer gewordene Team, und wir sprechen bei größer gewordenes Team immer noch von so sechs bis acht Leuten, das ist noch keine große Studio, aber weil ihm das besser gelegen hat. Naja, nun, Fußball. Jetzt mal zum Fußball. Sensible Software hat ja schon mal ein Fußballspiel gemacht, vier Jahre früher mit Microprose Soccer, und bekommt jetzt schnell was Spielbares hin aus dieser Megalomania-Engine. Und sie sprechen dann mit Publishern, mit Palace Software, mit Mirosoft und Virgin, und eigentlich wollen sie Virgin nehmen, aber Virgin sagt, ja klar, dann kann das ja Virgin Soccer heißen. Und das haben sie schon mal gemacht, das wollen sie nicht wieder. Das ist ein Dealbreaker für sie. Damals bei Microprose Soccer haben sie es akzeptiert, einen fremden Namen auf ihrem Spiel. Das machen sie jetzt nicht mehr. Also wird es dann Mirosoft wieder. Das ist eine schicksalshafte Entscheidung. Bisher werden sie ja getragen von einer Welle des Erfolgs, wenn auch immer noch auf relativ kleinem Niveau. Da war jetzt noch kein Megahit dabei, zumindest keiner, der sich finanziell so richtig ausgezahlt hätte für Sensible Software. Aber Mirosoft ist ja nun ein finanzkräftiger Publisher, und das Megalomania ist ein erfolgreiches Spiel. Das geht in England auf Platz 1 der Charts. So häufen sich da also schnell die Tantiemen an, die ihnen zustehen, bis auf 75.000 Pfund, was eine Menge Geld ist für Sensible Software damals. Aber dann passiert eine Tragödie, denn der Chef von Mirosoft, Robert Maxwell, stirbt überraschend auf seiner Jacht. Da gibt es eine offizielle Untersuchung dazu, und die kommt zu dem Schluss, er habe beim Schwimmen einen Herzinfarkt gehabt. Aber da gibt es damals viel Spekulation darum, unter anderem auch der John Hare, der hat dir gesagt, der habe sich selbst umgebracht, der Maxwell, das sei ein Suizid gewesen. Warum hätte der Grund haben sollen, sich das Leben zu nehmen? Naja, da wird dann in der Folge publik, dass der Dreck am Stecken hatte. Der hat illegale Business-Deals gemacht, hat Rentenzahlungen unterschlagen. Und so geht Mirosoft, das ja nur ein Teil eines größeren Firmenkonglomerats rund um den Robert Maxwell ist, dann also in Konkurs und nimmt die 75.000 Pfund von Sensible Software mit. Diese ganze Geschichte übrigens von dem Robert Maxwell, die ist sehr schillernd. Da gehört zum Beispiel auch noch eine Tageszeitung dazu, der Daily Mirror, Fußballvereine, andere Unternehmungen. Das würde den Rahmen sprengen, das jetzt zu erzählen. Aber da gibt es ein lesenswertes Buch dazu, nämlich Fall, the mysterious life and death of Robert Maxwell, Britains most notorious media baron von John Preston. Das empfehlen wir an dieser Stelle. Ja, und was passiert jetzt bei Sensible Software? Für uns war es ein Nummer-eins-Spiel und wir bekamen das Geld dafür nicht. Es war damals ziemlich deprimierend. Ich erinnere mich, wie ich zu unserem Bankmanager-Gang mit diesen zwei Disketten und sagte, mach dir keine Sorgen, wir haben diese beiden Disketten von Mirrorsoft zurückbekommen. Und er sagte, die eine ist 25 Pens wert und die andere auch. Also, wie ich sehe, habt ihr nur 50 Pens. Warum kommt ihr zu mir, um nach Geld zu fragen? Also, das Studio ist jetzt nahe an der Zahlungsunfähigkeit. Die haben zwar zwei fast fertige Spiele schon, nämlich zum einen Sensible Soccer und Cannon Fodder, die sie ja eigentlich in diesem Deal mit Mirrorsoft entwickelt haben, aber für die beiden gibt ihnen keine Bankkredite. Dementsprechend schieben sie jetzt noch mal hastig ein Projekt dazwischen, nämlich WizzKit. Das ist so eine Art Nachfolger von Wizzball. Das kauft ihnen ihr alter Partner ab, nämlich Ocean Software. Einfach damit sie über Wasser bleiben. Und warum können sie denen jetzt nicht Sensible Soccer oder Cannon Fodder andrehen? Naja, weil die Lizenzen gehören zur Konkursmasse von Mirrorsoft. Die können nicht einfach die jetzt anderswo verkaufen. Erstmal muss geklärt werden, was damit passiert. Und da haben sie jetzt noch mal Glück im Unglück, denn sie sind nicht der einzige Spieleentwickler in England, die Spiele in der Konkursmasse von Mirrorsoft haben. Das sind auch noch andere Firmen. Und die schließen sich jetzt zusammen und verhandeln gemeinsam unter Führung von Fergus McGovern. Das ist der Chef von Probe Software, auch einem englischen Entwicklerstudio. Und denen gelingt es dann, dass sie die Rechte an ihren Spielen da wieder rauslösen können aus der Konkursmasse. So bekommt Sensible Software jetzt die Rechte an Cannon Fodder und an Sensible Soccer wieder zurück. In dieser Zeit wandelt sich Sensible Software dann auch von der Personengesellschaft, die sie immer noch sind, in eine Limited um, also in eine GmbH. Unter anderem auch deswegen, weil John Hare erkennt, dass man keine Verträge schließen sollte, ohne sich vorher mit einem Anwalt beraten zu haben. Das hat er erzählt, wie so eine Lebenserkenntnis. Ja, und dann habe ich gesehen, dass... Sehr schön. So, jetzt haben sie Sensible Soccer zurück. Das wird neu verkauft an Renegade. Renegade ist noch ein relativ neuer Publisher. Das ist der Publishing-Arm von den Bitmap Brothers. Und Renegade gibt ihnen einen echt fairen Deal. Die zahlen 90.000 Pfund als Anzahlung. Wir erinnern uns, bei MicroPlus Soccer waren es nur 30.000 gewesen und eine Gewinnbeteiligung von 50%. Da hat man dann auch eine realistische Chance, dass da nochmal Royalties rauskommen. Und damit kann dann die Story von Sensible Software weitergehen und das Ende ist abgewendet. Und dann machen die jetzt in aller Eile Sensible Soccer, weil das muss 1992 rechtzeitig zur Europameisterschaft in Schweden rauskommen, für den Amiga und den Atari ST. Und das kommt es dann auch. Deswegen heißt das Spiel, das wir hier besprechen, eigentlich gar nicht Sensible Soccer, sondern Sensible Soccer European Champions. Und das wird direkt ein großer Hate. Es gibt dann eine massenhafte Portierung auf andere Systeme, eine Reihe von Versionen. 200.000 Exemplare werden direkt vom ersten Teil verkauft. Über die nächsten Jahre werden das mit den Nachfolgern mehr als zwei Millionen Exemplare. Die Gründer von Sensible Software, eben noch kurz vor der Pleite, werden in der Folge Millionäre. Dann erscheint auch noch das oben angesprochene Cannon Fodder. Das erscheint bei Virgin, nicht bei Renegade. Hauptsächlich, weil John jetzt denkt so, alle Eier in einen Korb legen ist keine gute Idee, wie bei Mirosoft. Das haben sie jetzt gelernt. Und dann kommen noch weitere Versionen von Sensible Soccer, etwa 1994 Sensible World of Soccer oder SWOS. Wie schon eingangs gesagt, die beste Version des Fußballspiels mit noch weiteren Updates. und dazu noch nebenher ein paar kleinere Titel, unter anderem das von dir so geliebte Sensible Golf. Das Sensible Golf ist das einzige Sensible Software Spiel, das ich mir für den PC gekauft habe. Ich habe natürlich viele gespielt damals, aber ausgerechnet das habe ich mir gekauft von eigenem Geld. Nicht zum Vollpreis zum Glück, sondern in der Krabbelkiste. Die Entstehung von diesem Ding folgt eigentlich der gleichen Idee, wie das damals bei Sensible Soccer war, die ja aus Megalomania das abgeleitet haben, mit der Grafik von Megalomania ein Fußballspiel zu machen. Und hier ist das aus Cannon Fodder abgeleitet. Also Sensible Golf ist die Cannon Fodder-Variante eines Sportspiels. Das sind auch die gleichen Programmierer. Das Cannon Fodder wurde ja programmiert von Jules Jameson und gepixelt von Stu Cambridge. Und die beiden machen im Endeffekt das Gleiche, was der Chris Campbell und der John Herr gemacht haben, mit Sensible Soccer, nämlich halt ein Sportspiel draus zu machen, das dann schnell, unkompliziert, cartoonig ist, so eine Arcade-Golf-Variante. Und das sah nett aus, deswegen habe ich mir das dann gekauft. Und es ist leider, also es ist jetzt nicht katastrophal schlecht, aber das ist ein simples, eintöniges Spiel. Das hat eine lächerliche Ballphysik, das wirkt billig statt charmant. Das habe ich ausgerechnet in diesem Pool von hervorragenden Spielen habe ich reingegriffen und habe den einzigen Rohrkrepierer rausgezogen. Zwischendurch machen sie doch noch mal was gegen die eigenen Überzeugungen und legen doch noch mal die Eier in einen Korb. Alle Eier in einen Korb, weil sie ein Hammer-Angebot kriegen. Ende 1995, taktisch günstig, gerade nach dem großen Erfolg von Sensible World of Soccer und noch vor dem Release von Sensible Golf, bekommen sie einen Deal mit Warner. Da sollen sie drei Spiele machen, je eine Million Pfund Vorschuss pro Spiel. Also hat sich jetzt ordentlich gebessert die Lage. Aber zu dem Zeitpunkt ist es ja mit dem Amiga schon vorbei. Und die Warner-Spiele sollen für den PC und die Playstation erscheinen. Und dann geht es irgendwie zu Ende. Das Studio übernimmt sich. Sie haben die Manpower nicht. Sie haben die Expertise nicht. Sie fangen zwei super ambitionierte Spiele an. Die schlagen in der Entwicklung fehl und erscheinen gar nicht. Das Unternehmen ist nicht gefährdet durch die Fehlschläge, weil Sensible Soccer verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot in irgendwelchen Varianten. Aber das ist der Anfang vom Ende. Und ein weiterer Hit gelingt dem Studio dann nicht. Und Ende der 90er verkaufen sie dann die Firma an Codemasters. Die sind eh schon Partner für Sensible Soccer Sachen. Dann ist die Geschichte von Sensible Software am Ende. Aber natürlich vorher gut abgeräumt mit Sensible Soccer und den ganzen Derivaten und Nachfolgen, die ja dann noch über ein paar Jahre kommen. Und um jetzt zu verstehen, warum Sensible Soccer so ein Erfolg ist, warum das was Besonderes ist, müssen wir es nochmal in einen Kontext stellen. Und zwar in den Kontext der Fußballspiele. Und das da auch nochmal herleiten. Wie sieht denn das Feld der Fußballspiele eigentlich aus zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt 1992, wo Sensible Soccer rauskommt? Die Fußballspiele, wenn wir nochmal zurück in die Geschichte gehen, die sind eines der ältesten Genres überhaupt bei den Computerspielen. Sollte man vielleicht nicht meinen, aber das ist einigermaßen logisch. Denn was ist das erste kommerziell erfolgreiche Videospiel, Gunnar? Pong. Genau. Pong ist so erfolgreich, dass da ja dann die Klone links und rechts aus dem Boden sprießen. Und damit die so ein Feigenblatt bekommen, werden da dann verschiedene Metaphern drüber gestülpt. Und eine der allerersten Metaphern, die Pong-Klone bekommen, ist Fußball. Ja, das ist ein Fußballspiel, wo ein Ball hin und her geschossen wird. Und du spielst dann da keine Paddle links und rechts, sondern Torhüter. Und schon hast du also ein Fußballspiel. Das heißt, wenn du dir eine Liste anguckst der historischen Fußballspiele, dann sind die 70er Jahre schon voll, voll mit Fußballspielen. Aber das sind alles irgendwelche Pong-Klone, die halt Soccer genannt werden oder Football genannt werden. Also, das können wir jetzt nicht ernsthaft natürlich als Fußballspiel begreifen. Das erste Spiel, das man wirklich mit Fug und Recht als den Versuch einer Abbildung eines Fußballspiels bezeichnen kann, stammt aus dem Jahr 1980 und erscheint auf dem Atari 2600. Kommt auch von Atari selbst und heißt Championship Soccer. Da sind wir schon bei einem Spiel, das von oben nach unten gespielt wird. Und aus der Vogelperspektive. Aber die Spieler sind da farbige Blöcke. Die haben noch nicht mal irgendwelche erkennbaren Gliedmaßen. Also, das ist von einer wirklichen Fußballsimulation noch meilen, meilen weit entfernt. Und damit kommen wir dann aber in die 80er und da ändert sich das so langsam. Genau, jetzt wird natürlich alles bunter und man versucht, aus dieser reinen Action-Metapher für irgendwas anderes, was es schon gegeben hat, ansatzweise irgendwas zu machen, was einerseits wie Fußball aussieht und vielleicht andererseits sogar einen Teil der Regeln des Spiels simulieren kann. Das ist alles noch nicht so dolle. Wir sind in den frühen 80er-Jahren. Das ist das Jahrzehnt, in dem auf dem PC noch textbasierte Spiele stark waren. Ja, die Infocom-Sachen. Und in der Arcade war größtenteils Action angesagt und auf den Heimcomputern auch. Also Schießspiele, Ballereien und sowas. Ernsthaftere Sportsimulationen oder den Versuch davon gab es fast nicht. Das erste große Highlight, das mir in meiner persönlichen Spielerkarriere aufgefallen ist, ist Andrew Spencers International Soccer von Commodore selber. Das erschien 1983, muss es ungefähr so 1985 gespielt haben. Das fühlt sich genau null wie Fußball an. Aber es sieht so aus. Es sieht voll wie Fußball aus. Es war da immer ein ganz beliebter Trick. Ganz am Anfang konnte man den Ball so ein bisschen hochheben mit so einer Art lupfenden Schuss und dann auf den Kopf eines Spielers tun. Und dann konnte der da so vor sich hin köpfend durch das ganze Feld laufen bis zum gegnerischen Tor. Das war toll. Ja, ist das nicht so in echt? Ja, genau so ist das. So gewinnt doch München immer. So machen die das. 1984 kommt auf die Spectrum-Plattform die Matchday-Serie. Ziemlich bekannt, aber ganz schreckliche, krude, langsame Spiele. Immerhin sehen sie ganz nett aus mit grünem Rasen und so. Auf der Konsole ist es auch nicht besser, obwohl das NES ja eine Sportspielkonsole ist. Das NES bekommt bis 1985, also die ersten zwei Jahre des NES, bekommt es Spiele für Baseball, Golf, Tennis, Autorennen, Motorradrennen, Leichtathletik und tatsächlich auch noch ein einzelnes Fußballspiel. Das heißt passenderweise Soccer. Es erscheint 1985. Und es ist von Intelligent System, das sind die Fire Emblem-Macher. Das wusste ich gar nicht, dass sie ein frühes Fußballspiel in ihrer Karriere haben. Das ist aber nicht so doll. Ich meine, es gibt Einwürfe und Elfmeter, aber man spielt sechs gegen sechs und das fühlt sich nicht wirklich wie Fußball an. Und die Happy Computer ergibt 58 Prozent. Die Spiele, die du jetzt aufgezählt hast, die haben mehrere Gemeinsamkeiten. Also sie sind alle ziemlich langsam. Sie haben alle, also man kann das gar nicht Ballphysik nennen. Das ist eine grudeste Annäherung an das, wie sich ein Ball bewegt. Und vor allen Dingen, da stehen auch keine elf Spieler auf dem Platz beziehungsweise 22 Spieler, wenn man beide Mannschaften rechnet. Das wäre schlicht nicht abbildbar gewesen. Und nachdem man diese Spiele ja auch alle aus der Seitenperspektive spielt, sind die Sprites auch relativ groß. Also das auf die Computer der damaligen Zeit zu bringen und dann auch performant abzubilden mit 22 Leuten, völlig undenkbar. Es ist also eine reduzierte Variante, eine Annäherung an Fußball. Dass das diese Seitenperspektive hat, ist auch völlig naheliegend, weil das ist ja die Beobachterperspektive, die man aus dem Fernsehen kennt. Da siehst du das Fußballspiel ja in der Regel auch aus der Seitenperspektive. Deswegen ist es dann eine, ja, Revolution ist vielleicht zu viel gesagt, aber sagen wir mal ein frischer Wind, als im Jahr 1985, an der Jahreswende zu 1986, in die Spielhallen ein Fußballspiel kommt, das anders aussieht. Und zwar von der Firma Tekkan aus Japan. Das ist die Firma, die wir heutzutage als Tecmo kennen, die damals noch einen anderen Namen hat. Die veröffentlicht ein Fußballspiel namens Tekkan World Cup in den Arcades. Und da sieht man das Spielfeld jetzt von oben. Wieder von oben, muss man sagen, weil, wie gesagt, das gab es in der Geschichte schon mal, zum Beispiel auf dem Atari 2600, aber auch in ein paar anderen Spielen vorher schon. Auch in Japan hat Sega zum Beispiel auf seiner eigenen SG-1000-Konsole im Vorjahr auch ein Fußballspiel herausgebracht. Und das sieht man auch schon von oben. Also es ist jetzt nicht völlig neu, aber es ist ungewöhnlich in dieser Zeit. Und vor allem ist es super schick. Es ist ein Arcade-Spiel. Die Arcades definieren einfach den technischen Standard damals. Das sieht sehr detailliert aus. Und logischerweise, weil man da von oben aufs Spielfeld drauf guckt, guckt man auch auf den Automaten von oben drauf. Das ist nämlich in seinem Standardmodell kein normaler Arcade-Automat, sondern ein sogenanntes Cocktail, also ein Tisch, wo der Fernseher eingelassen ist. Und du guckst von oben auf den Fernseher drauf. Das ist ja auch ein Mehrspielerspiel, also ein Zweispielerspiel. Da steht an jeder Seite von diesem Tisch steht ein Spieler und dann kann man gegeneinander dieses Fußballspiel spielen. Und das funktioniert hervorragend. Also es ist ein schönes Spiel. Das ist rasant. Das Spielfeld ist groß. Also es ist sehr nah herangesoomt. Man sieht die Spieler zwar von oben und den Ball, aber relativ groß. Das heißt, das scrollt auch sehr viel und sehr flüssig. Deswegen, weil das Spielfeld auch so groß ist, braucht man dann einen kleinen Radar, eine Radaranzeige, um zu gucken, wo bin ich eigentlich und wo sind die anderen Spieler auf dem Platz. Das ist ja was, was für eine Weile dann auch Standard werden wird. Und da gibt es schon alle möglichen Spielzüge. Man kann reingrätschen. Es gibt flache Pässe, rohe Pässe, Fernschüsse, Eckstöße, Torwartparaden. Also wirklich ein schönes Ding. In der Arcade spielt man das mit einem Trackball statt mit einem Joystick und dazu dann einen Feuerknopf. Es gibt auch dann Varianten mit Joystick. In den Arcades kommen diese Automaten ja meistens in verschiedenen Varianten raus. Die Basis übrigens für das Tekken World Cup ist ein Football-Spiel, also ein American Football-Spiel, das Anfang 1985 von Tekken rauskam. Gridiron Fight heißt das und das ist, wenn man sich das anguckt, in der Spielperspektive, in der Steuerung, ganz eindeutig das Vorbild. Also sie haben eine Variante gemacht von ihrem Football-Spiel für Fußball. Dann fassen wir mal zusammen. Die erste Hälfte der 80er in einem Satz. Alles nicht so dolle, bis Tekken. Bis Tekken World Cup kam. Und das ist jetzt gar nicht spezifisch meine Meinung, das ist vor allen Dingen die Meinung von John Hare. John Hare von Sensible Software ist glühender Fußball-Fan und Gamer schon in den frühen 80ern. Er und sein Freund Chris Yates spielen alles, was es auf dem C64 und den Spektrum-Geräten gibt. Alle Spiele. Und sie mögen das, weil sie Fußball-Fans sind, aber sie finden die Spiele alle nicht so dolle. Und dann vermutlich Mitte 1987, wenn ich das richtig konstruiert habe, aus den Äußerungen von John, finden sie den Tekken World Cup in einer Londoner Arcade. Und allein der Wechsel der Perspektive ist ein Game Changer. Für John ist das so eine grundsätzliche Sache. Der findet, wenn man in der Draufsicht spielt und das von oben nach unten scrollt, dann ist man in der Situation des Spielers. Und wenn man in der Seite an sich drauf schaut, dann ist man in der Perspektive des Zuschauers. Das ist ein Tick hochgestochen, aber es ist schon eine gute Beobachtung. Das stimmt schon. Die sind also geflasht von diesem Spiel und dann gehen die heim und bauen das nach. Dann bauen die innerhalb von etwa einem halben bis dreiviertel Jahr eine eigene Version des Spiels. Also der John nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Der sagt, das ist jetzt keine Kopie, Klon würde das nicht nennen, aber es ist eine Recreation. Also eindeutig basiert es darauf. Und dieses Spiel, das wollen sie jetzt naheliegend Sensible Soccer nennen, übernimmt die Formel des Vorbilds, die Perspektive und den grundlegenden Stil des Gameplays. Und der John zeichnet schicke Spieler-Sprites dazu mit so Double-Layer-Technologie. Das sieht dann ganz detailliert aus. Das Spiel steuert sich gut und kann mit dem Original durchaus mithalten. Ist ein bisschen unübersichtlich und sie lassen den Radar weg, weil der John findet Radare doof. Ich mochte noch nie Radareinblendungen in Fußballspielen. Ich denke, dass man nicht genug vom Spielfeld sieht. Ein Radar ist etwas, das man bei einem Spiel wie Defender braucht. Er fügt aber passend dann zum Spielen am Heimcomputer einige sinnvolle Dinge hinzu, die das Original Techam nicht hat. Ein Turniermodus samt Editor etwa, Wettereffekte. Zum ersten Mal in einem Spiel kommen darin Torwiederholungen vor. Es gibt eine manuelle Torwartsteuerung, in der Not, wenn ein Spieler auf das Tor zu läuft. Diverse kleine Fußballfeatures wie Fallrückzieher, Volley-Schüsse und den Bananenschuss, wo man nach dem Schießen die Kurve des Balls noch verändern kann, indem man den Stick in die Richtung drückt. Das ist nicht perfekt und nicht realistisch, aber ein lustiges Feature. Das gibt es heute noch als normalen Bestandteil von Spielen wie FIFA. Da nennt man das Aftertouch. Also diese Aufzählung, die du da gerade gemacht hast, das könntest du eins zu eins auch so für Sensible Soccer aufzählen. Denn das muss man an der Stelle nochmal klipp und klar sagen, dieses Micro Pro Soccer, das ist die Blaupause für Sensible Soccer. Also die ganzen wesentlichen Spielmechaniken, die Steuerungselemente, die sind da schon da. Vor allem diese kontextuelle Steuerung, du hast ja damals auf dem C64 einen Joystick mit einem Button und damit musst du alles machen. Und wie das jetzt hier funktioniert in Micro Pro Soccer und dann später auch in Sensible Soccer ist, dass das halt kontextuell unterscheidet nach zwei Spielsituationen, nämlich entweder der Spieler, den du steuerst, hat gerade den Ball oder er hat ihn nicht. Wenn er den Ball nicht hat, dann ist der Knopfdruck einfach ein Grätschen und dem Gegner den Ball abzunehmen. Und wenn er ihn hat, dann kommt jetzt so eine kontextuelle Steuerung. Je nachdem, hältst du den Knopf kurz, dann macht er einen Schuss, hältst du ihn lang, macht er einen langen Schuss und bewegst du nach dem Knopfdruck auch noch den Joystick in eine bestimmte Richtung, dann wird eine bestimmte Art von Schuss gemacht. Bewegst du den Joystick nach vorne, dann wird es ein Heber, bewegst du ihn nach hinten, wird es ein Fallrückzieher, bewegst du ihn nach links oder nach rechts, dann wird es eben dieser Bananenschuss, dieser angeschnittene Schuss. Das ist also die Kontrollvariante, die Sensible hier etabliert mit Micro Pro Soccer und die dann für die folgenden Spiele des Studios, die folgenden Fußballspiele, also Sensible Soccer und die Varianten, nur noch verfeinert wird. Durchaus, also ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, das sind durchaus relevante Dinge, aber hier ist der Ursprung. Genau, das ist nicht nur die Blaupause für Sensible Soccer, dazu kommen wir ja noch, das ist vor allen Dingen auch die Blaupause für Kick-Off und Kick-Off ist eine Konkurrenzserie. Also Micro Pro Soccer hat 1988, als es in die Läden kam, meines Erachtens einen Flock eingeschlagen, als das durchdachteste und spielbarste Fußballspiel seiner Zeit. Und dann kommt 1989 Kick-Off von Anco Software für den Amiga, das Micro Pro Soccer ist noch ein 464-Spiel und das ist sehr eindeutig inspiriert von Micro Pro Soccer oder von Tecum. Naja, es ist auch ein Fußballspiel mit Draufsicht, es hat ziemlich genau die gleiche Kamerahöhe wie Micro Pro Soccer, es hat ebenfalls Bananenschüsse, es ist ein bisschen schneller und steuert sich ein bisschen anders, es ist ebenfalls ein exzellentes Fußballspiel, muss man sagen, verkauft sich auch gut und da kommt direkt ein Jahr später ein Nachfolger, der nicht so viel ändert, ein paar Verbesserungen hinzufügt und sich nun von Micro Pro Soccer auch noch die Wiederholungen ausborgt, weil die hatte man beim ersten Mal wahrscheinlich vergessen. Und jetzt nimmt die Dichte an Fußballspielen überhaupt zu, jetzt ist die Technologie deutlich weiter, jetzt gibt es Beispiele im Markt, ja mindestens mal seit 1985 für gelungene Fußballspiele und jetzt kommt Tecmo auch zurück und portiert deutlich zu spät das eigene Tecmo World Cup auf das NES in einer echt nicht so besonders schönen Version, also es ist natürlich ein spätes NES-Spiel, das NES ist ja zu dem Zeitpunkt keine leistungsfähige Konsole mehr, aber so dolle ist das nicht. Sega bringt das wunderhübsche World Trophy Soccer auf das Mega Drive, das aber leider stinköde und langsam ist und dann kommt mit Super Soccer für das SNES sogar 1991 dann schon ein Spiel mit 3D-Perspektive dank dem Mode 7 des SNES, aber auch das ist nicht so dolle. An die Feature-Dichte und das Fußballspielgefühl der Spiele Micro Pro Soccer für den C64 und Kick-Off 2 für den Amiga kommen die meines Erachtens alle nicht ran. Das ist mal der seltene Fall, wo ein Genre stark beackert ist, also wirklich viele, viele Titel erscheinen und fast nichts davon kommt aus den USA, weil Fußball insbesondere in dieser Ära einfach in den USA kein relevanter Sport ist. In Japan und aber vor allem in Europa natürlich auch, vor allem auch in England und deswegen kommen massiv viele aus England. Also deine Aufzählung, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt keinen Publisher, keinen vor allem englischen Publisher in dieser Ära, die nicht irgendein Fußballspiel im Programm haben. Und deswegen ist es umso erstaunlicher, dass es eigentlich bis Kick-Off dauert, bis sich halt wirklich so ein Favorit rauskristallisiert und dass in der Zeit auch andere Fußballspiele links und rechts zerschellen an Kick-Off. Das ist ja, bevor wir zu Sensible Soccer kommen, ist das mit Abstand das populärste Fußballspiel, insbesondere dann auch Kick-Off 2 und damit sind aber auch Leute unzufrieden und vor allen Dingen wieder John Hare und Chris Yates und auch der Chris Chapman, der inzwischen dazu gestoßen ist, die spielen zwar Kick-Off 2 die ganze Zeit, weil sie halt Fußballfans sind, insbesondere der Herr, der will auch ständig Fußball spielen, aber der stören auch allerhand Sachen. Und nun ist er ja in der Lage, dass er das besser machen kann, hat er ja schon mal bewiesen. Also kommt jetzt im Endeffekt wieder das gleiche Szenario. Sie leiten eben, wie du es vorher schon gesagt hast, aus Megalomania diesen Gedanken ab, das mit den kleinen Männchen zu machen. Das hatten wir ja vorher schon gehört. Aber der Gedanke, ein Fußballspiel zu machen, ist erstens in der Geschichte von Sensible Software schon mal passiert, zweitens im Fußball-Fantum von John Hare angelegt und drittens speist es sich aus der Unzufriedenheit mit Kick-Off 2. Und so machen sie jetzt Sensible Soccer auch eben spezifisch als ein Gegenmodell oder eine verbesserte Version von Kick-Off. Wir haben ja schon vorher gehört, dass er den Wunsch hatte, den Radar loszuwerden von Kick-Off 2 und das ist eine der Sachen, die jetzt automatisch passiert, weil mit der Megalomania-Perspektive gelingt ihm ja ein neuer Blickwinkel auf den Fußball. Der Bildschirm von Sensible Soccer, der zeigt fast 40 Prozent des Spielfeldes, viel mehr als Microprose Soccer und Kick-Off. Das macht das Spiel nicht per se schöner. Die Sprites sind sehr klein und man sieht viel grün. Aber es sorgt für eine ganz angenehme Übersicht und lässt das Radar halt überflüssig werden. Und sie kippen die Perspektive, die bei Kick-Off von Microprose Soccer noch total obendrauf war. Man sieht wirklich von der Figur quasi nichts, außer den Schultern und dem Kopf. Jetzt ist die Perspektive so gekippt, dass man die Figuren ganz sehen kann. Es ist leicht angedeutet in den Raum gekippt. Das ist jetzt eher die Perspektive von Megalomania, das auch so eine ähnliche Perspektive hat, allerdings mit größeren und detaillierteren Figuren. Und um diese Grundidee herum bauen sie das Spiel. Das ist ein wunderbares Beispiel für das Designprinzip Form follows Function. Wenn man sich die ganze Palette der Fußballspiele über den größten Teil der 80er anguckt, dann sind das Spiele, die die Form vor die Funktion stellen. Also das muss primär nach Fußball aussehen. Und es ist weniger wichtig, ob es sich auch wie Fußball anfühlt. Das dreht sich mit Microprose Soccer, aber Sensible Soccer ist das erste Spiel trotz Microprose Soccer, trotz Kickoff, das wirklich radikal die Form der Funktion unterordnet. Also wir sehen das Spielfeld von oben, das hatten wir vorher schon. Das ist zwar nicht so schön, aber es ist besser zum Spielen. Und jetzt kommt noch dazu, was ist das Allerwichtigste für ein vernünftiges Fußballspiel Übersicht über das Feld? Das heißt, Sensible Soccer zoomt raus, auch wenn die Grafik dann krümmerlich wird, auch wenn die Männchen an sich dann winzig sind. Aber für das Fußballgefühl, also die Funktion als Fußballspiel, ist das die richtige Entscheidung. Und dann muss die Grafik halt zurückstecken. Es ist halt ein Take auf das Microprose Soccer, obwohl sie sagen, sie haben keinen Code wiederverwendet. Es ist ein komplett neu gemachtes Spiel. Ist ja auch eine andere Plattform als Microprose Soccer. Aber um diese Perspektive, diese grundlegende Spielbarkeit, da werfen sie jetzt Sachen drauf. Da kommen massenhaft neue Features zu. Das ist das erste Spiel mit einer Lizenz. Sie haben eine Spielerlizenz und können reale Spielernamen verwenden. Sie haben eine eigene Datenbank und haben damit realistische Spielerwerte, weil sie haben einen Journalisten beauftragt, Mike Hammond, der war von 1988 bis 2017 der Autor und Herausgeber des Jahrbuchs des europäischen Fußball bei dem Facer Verlag. Perfekte Quelle, würde ich sagen. Ja, voll. War gut im Thema, kannte sich aus und dann haben die zusammengearbeitet, Sensible Software hat sich Skills ausgedacht, die man braucht, um einen Spieler zu beschreiben und der hat sich hingesetzt, wie so ein Spieleredakteur und diese Werte ausgefüllt. Ob das nun im Einzelfall immer perfekt ist, aber trotzdem, du kriegst ja einen Trend damit hin. Und aus diesen Werten errechnet dann das Spiel im Spielverlauf Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse auf dem Platz. Die Erfolgschancen eines Tackles zum Beispiel hängt davon ab, wie gut der Wert des einen und des anderen ist. Die Tatsache, ob jemand eher foult oder ob ein Foul überhaupt passiert, weil man ungeschickt ist, ob man den Ball behaupten kann, wie die Schüsse einschlagen, wie weit die Schüsse gehen und sowas, alles basiert da drauf. Und das klingt heute total selbstverständlich, das ist ja was, was FIFA und diese ganzen Fußballmanager alle haben, die haben alle Datenbanken, auf denen sie das alles basieren. Aber Sensible Software waren die Ersten, die so gründlich an eine Fußballsimulation herangegangen sind und den Hammond haben die halt auch ausgequetscht. Der hat die Beraten bei den Formationen, welche Spieler wo am liebsten spielen, wo man die hinstellt, bei den Trikotfarben, bei den Spielerhautfarben. Sie sind das erste Spiel mit Spielerhautfarben, wo die Spieler immerhin schwarz und weiß sein können. Also man kann es nicht anders sagen, es ist einfach ein fettes Paket. Man guckt heute drauf auf dieses Pixelspiel mit den zwölf pixelgroßen Figuren und denkt so, naja, aber das war damals einfach ein richtig fettes Spiel. Ja, und das macht den großen Schritt von Sensible Soccer aus, das ja in Abgrenzung zu Kick-Off und damit zu allen anderen Fußballspielen, die davor stattgefunden haben, entsteht. Was ist der wesentliche Unterschied? Wenn wir heute auf Sensible Soccer gucken, die erste Erinnerung daran ist ja meistens, ach ja, warte mal, das ist doch dieses wuselige, arcade-ige Ding, das ist doch dieses Spaßfußball. Und ja, in gewisser Weise ist das schon auch eine nachvollziehbare Beschreibung, aber das geht komplett am Kern der Sache vorbei. Denn das, was Sensible Soccer eigentlich ist, ist erstens ein Spiel, das im Vergleich zu Kick-Off zugänglicher wird, indem es zum Beispiel das Handling des Balls leichter macht, es spielbarer macht, also ein bisschen einsteigerfreundlicher wird, aber vor allen Dingen, dass eine authentischere Fußballerfahrung abbilden soll. Und zwar einerseits durch so Oberflächlichkeiten in Anführungszeichen, wie den richtigen Namen der Spieler, den richtigen Haut- oder Haarfarben, aber vor allen Dingen auch, dass unter der Haube Dinge passieren, die sich wie Fußball anfühlen, dass die Spieler also auch eine entsprechende Stärke haben, die zu dem Spieler mit dem Namen passt und dass aber auch auf dem Feld Dinge passieren, die so aussehen und sich so anfühlen wie richtiger Fußball. Und das ist geradezu revolutionär, dieser Gedanke. Also man sollte meinen, in der Geschichte von zu diesem Zeitpunkt nun auch schon 20 Jahre an Fußballspielen mehr oder weniger oder sagen wir mindestens mal 10, dass da vorher schon mal jemand draufgekommen wäre. Aber das ist der eigentliche Sprung, der evolutionäre Sprung hier, dass hier tatsächlich versucht wird, eine Fußball-Simulation im Wortsinne zu machen. Und der erste Eindruck, den man hat, wenn man sich das Spiel anguckt, der täuscht. Da steckt unter der Haube viel mehr drin als nur Action-Fußball. Der Herr besteht auch immer drauf, dass das eine Fußball-Simulation ist oder dass es als Fußball-Simulation gemacht worden ist. Und wie du schon sagst, heute sieht es halt arcadisch aus. Und wenn man es auch spielt, kommt es einem sehr schnell vor. Aber damals war es der Höhepunkt des Realismus 1992 für eine Fußball-Simulation. FIFA kommt ja dann 1993 und dann bestehen diese beiden Serien eine ganze Reihe von Jahren nebeneinander. Und es ist nicht so klar, wer davon gewinnt. Zumindest mal in England. In anderen Ländern ist das vielleicht dann anders, dass das FIFA sich schneller durchsetzt. Und FIFA kehrt ja dann zu dieser fernsehhaften Seitenperspektive zurück. Ich würde nochmal gerne in die Abgrenzung zu Kick-Off 2 einen Feature-Unterschied sagen, der zeigt, wo sie ihre Kompromisse gemacht haben. Sie wollten ja realistischer sein, also der größere Ausschnitt, dafür die kleineren Figuren, die Spielernamen und all das, was wir gesagt haben. Aber bei Kick-Off 2 ist der Ball, wenn der Spieler den Ball führt, ist der nicht am Fuß fest, sondern den Stößt der Spieler vor sich her, indem man da immer wieder gegenläuft. Und das ist eigentlich realistisch. So sieht das ja auch im Fernsehen aus. Der laufende, ballführende Spieler, der hat die ja nicht magisch am Fuß, sondern der spielt den immer ein kurzes Stück nach vorne, läuft wieder hin, spielt ein kurzes Stück nach vorne. Das ist realistisch. Und Sensible Soccer geht hier in den Weg des Unrealistischeren, klebt den Ball am Spieler fest und der verliert den nur und zwar in Abhängigkeit von den Spielerwerten, wenn er sich schnell dreht oder angegriffen wird. Das ist einen kleinen Tick unrealistischer, in einem Spiel, das super realistisch sein will, aber es ist natürlich viel besser zu handeln. Es ist einfach die deutlich überlegene Art, das zu machen, weil du viel mehr Kontrolle hast und ein viel stärkeres Gefühl dafür und dir das Passend viel stärker erleichtert wird, weil du nicht ständig den Ball vor dir her schießen musst. Das ist ja so ein erster Anflug von Spielhilfen. Die bekannteste Spielhilfe ist das Auto-Aiming in Shootern, wo das Spiel subtil eingreift, um es dir ein bisschen leichter zu machen, ein Ziel zu treffen. Das ist aber natürlich was, was Spiele schon lange machen und das sieht man hier in Sensible Soccer an mehreren Stellen. Eine davon ist eben diese Ballbeherrschung, dass das Spiel dir ein bisschen dabei unter die Arme greift, dass der Ball an den Füßen deines Spielers bleibt. Aber halt auch nicht in jeder Situation, wie du es gerade gesagt hast, aber zumindest ein bisschen mehr. Also auch eine von diesen Spielhilfen. Ah, das stimmt. Das wäre ein guter Zeitpunkt in Spielhilfen einzusteigen, weil das hat viele Spielhilfen und erstaunlich mächtige Spielhilfen. Zum Beispiel hat der Ball eine Art Hitbox. Es gibt um den Ball einen kleinen Kreis und wenn dein Spieler am Kreis steht, aber nicht am Ball, weil es einen ganz kleinen Schritt noch weg ist, dann bewegt das Spiel den Spieler so ein bisschen drauf zu, damit der Flow nicht gebrochen wird. Das soll das Gameplay intuitiver machen und flüssiger. Und ein Joystick zu dieser Zeit, der hat ja nur acht Richtungen dann kann es natürlich sein, wenn du halt schräg läufst, also wenn es eine Kompassrose wäre, nach Norden und nach Nordosten, sagen wir mal. Und es kann aber sein, dass der Ball zwischen Norden und Nordosten liegt, weil das ja relativ grobe Richtungen sind, diese acht Richtungen. Und wenn du dann in die richtige Richtung läufst, dann musst du ja deinen Kurs korrigieren, um zum Ball zu kommen. Und das nimmt das Spiel dir auf ganz subtile Art ab. Das setzt dich dann, wenn du in die richtige Richtung drückst, auf den Ball zu, auch auf einen Kurs, der zwischen diesen acht Richtungen liegt. Obwohl du dann nach Nordosten drückst, läufst du nach Nord-Nordosten. Einfach, damit du nicht eine Zusatzbewegung machen musst, damit du deine Richtung nicht korrigieren musst und damit der Flow wieder gewahrt bleibt. Und das Spiel macht das automatisch. Es guckt so, wo du hinlaufen willst, dann macht es eine kleine Bewertung, denkt, naja, wahrscheinlich zum Ball. Und dann folgt es nicht dem exakten Winkel deiner Eingabe, sondern gibt dir einen Zusatzwinkel. Und das ist ein super modernes Feature. Das machen heute alle Spiele mit tausend Sachen. Eines der bekanntesten Beispiele war das erste Uncharted. Immer wenn du den Sprung nicht ganz geschafft hast, hat es dich noch ein kleines Stück weitergesetzt. Mit dem nicht dummen runterfällst in diesem filmhaften Spiel. Und das gibt es hier schon. Das ist echt erstaunlich cool. Ja, das ist ja ein Designparadigma, dass um eine gute Spielerfahrung zu ermöglichen, Eingriffe gemacht werden müssen in die Autonomie des Spielers sozusagen, damit sich das dann im Ergebnis aber flüssiger und realistischer anfühlt. Da ist ausgerechnet eine Fußball-Simulation ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie das an vielen Stellen gemacht werden muss, um noch eine weitere mit dazu zu bringen und einen kleinen Perspektivwechsel darauf, was ein Fußballspiel eigentlich ist, eine Fußball-Simulation. Weil auch hier wieder mein erster Gedanke, wenn ich an sowas wie ein Micro-Pro-Soccer oder ein Sensible-Soccer denke, ist, ah, naja, das ist das Spiel mit den Bananenflanken. Also ich definiere das über die Interaktionsmöglichkeiten, die ich habe als Spieler. Ich kann da den Ball anschneiden, ich kann da den Ball köpfen, also ich habe eine bestimmte Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten und so auf dieser Ebene kann man das ja weiterdenken, die Geschichte der Fußballspiele, dann die ganze FIFA-Serie entlang. Es ist ja eine Entwicklung hin zu immer mehr Komplexität in den Bewegungsmöglichkeiten, was du alles für Spezialmanöver machen kannst in bestimmten Spielsituationen und so weiter. Und ja, das ist eine Evolution, logisch. Aber das ist nur ein Aspekt, ein sehr spielerfokussierter Aspekt, aber Fußball ist ja eine Mannschaftssportart. Und selbst wenn wir das hier als Multiplayer spielen, also wenn du und ich eine Partie gegeneinander spielen würden, steuern wir ja zu jedem Zeitpunkt trotzdem nur eine Person aus dieser Mannschaft. Das heißt, der Computer muss den ganzen Rest, was um uns herum passiert, unsere eigene Mannschaft auch steuern. Und er muss das auf eine Art und Weise machen, dass für uns wiederum als Spieler ein flüssiges Spielerlebnis zustande kommt, vor allen Dingen bei Spielerwechseln. Wenn ich den Ball jetzt weitergebe zu einem anderen Spieler, okay, dann springt die Kontrolle dahin. Aber was, wenn ich nicht in Ballbesitz bin? Welchen Spieler steuere ich jetzt denn gerade? Wann springt das Spiel zu einem anderen Spieler, den ich übernehme? Weil das macht Sensible Soccer ja schon automatisch. Man kann es in den Options zwar auch einstellen, dass man selbst auf Knopfdruck zum Spieler wechselt, der am nächsten am Ball ist. Aber das Spiel macht das wunderbar automatisch. Und damit das gelingt, muss das Spiel wiederum die eigenen Spieler in Positionen manövrieren, wo sie gut stehen, wenn ich dann die Kontrolle übernehme. Und das ist etwas, was es auch macht. Das ist auch eine von diesen Spielerhilfen sozusagen, wenn man mal sich zurücklehnt und eine computergesteuerte Partie anguckt von Sensible Soccer oder eine aufgezeichnete Partie und nicht auf den ballführenden Spieler achtet, sondern auf die anderen Mannschaftsmitglieder, dann sieht man, wie Sensible Soccer bemüht ist, die in Positionen zu manövrieren, wo sie gut stehen für den Moment, wenn ich als Spieler die Kontrolle übernehmen möchte. Und eine der wichtigsten Sachen ist Formationen. Formationen sind ja im modernen Fußball ziemlich bestimmt, weil man damit bestimmte Spielarten gut beschreiben kann. Sowas wie 4-4-2, 3-5-2, sowas hat vielleicht schon mal jemand gehört, auch wenn man kein großer Fußballfan ist. Und eine Formation beschreibt im Wesentlichen, wie die Spieler sich den Raum aufteilen, wo die Spieler auf dem Feld ungefähr ihre Homebase haben, von der sie weggehen um irgendwas anderes zu machen und in die sie zurückkehren. Und wenn man sich ein modernes Fußballspiel anguckt, dann sieht man, wie die Spieler sich wie in so einem Ballett bewegen, wie die sich alle gleichzeitig bewegen und wie die immer wieder in dieses Raster zurücklaufen. Und das ist was, das macht Sensible Soccer auch und sehr überzeugend. Aber das erzählen wir jetzt mal in der leicht anderen Form. Wir haben uns nämlich ein Spiel angeschaut und da springen wir jetzt rein. Okay Gunnar, ich habe hier eine Partie für uns aufgenommen. Ich habe den Computer gegeneinander spielen lassen. Hier spielt Deutschland gegen England, die beiden Nationalmannschaften. Und was ich gerne machen würde mit dir ist einfach mal in ein paar Szenen von dieser Sensible Soccer Partie reinzugucken. Und du bist ja der viel erfahrenere Fußballgucker und Analyst von uns beiden. Mich würde interessieren, wie beurteilst du denn diese Spielsituationen, sowohl im Hinblick auf echten Fußball, aber auch im Hinblick auf was macht Sensible Soccer, was macht die KI da eigentlich? Wie funktioniert diese Mannschaft aus kleinen Männchen? Weil der Computer steuert ja zu jedem Zeitpunkt immer zehn Leute auf dem Feld und du immer nur eins. Und das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Ich bin so aufgeregt. Wir sehen hier natürlich Deutschland Anfang der 90er, also mit Jürgen Klinsmann und Karl-Heinz Riedle im Sturm, Bodo Ilkner im Tor und dem unsterblichen Lothar Matthäus auf der Zehn. Genau, die deutschen Spiele, also beide Mannschaften spielen 4-4-2. Da gibt es jetzt keine großen Überraschungen in der Aufstellung. Ich starte mal hier die Partie. Und gleich die erste Szene finde ich ganz interessant. Die Engländer schießen weiten Schuss direkt mal ins Tor aus. Also die Engländer hatten Anstoß und spielen den Ball nach vorne. Das macht man heute nicht mehr. Man muss ja am Anfang quer spielen. Die spielen einmal quer und gehen dann nach vorne. Das ist die schwierigste Variante. Im realen Fußball wurde erst kürzlich eingeführt, dass man den Ball auch nach hinten spielen darf, ausnahmsweise, von der Anschlusssituation aus. Und seit das erlaubt wurde, machen das alle. Es gibt keinen Pass zur Seite mehr. Alle spielen sofort nach hinten. Und hier sehen wir noch fröhliche Urständ des früheren Fußballs. Hier hat jemand versucht, einen Angriff auszulösen direkt vorm Anstoßkreis aus. Und das schlägt natürlich auch viel. Sie hauen den Ball nach vorne. Ja, aber es wird gleich gefährlich für die deutsche Mannschaft. Jetzt darf Brutto irgendein natürlich abstoßen. Und schön ist hier, wir sehen, wie die beiden Mannschaften direkt auf ihre Grundpositionen zurückgehen. Also das Spiel, ich sagte ja gerade schon, es ist 4-4-2 in beiden Fällen. Und da stehen die Spieler jetzt aber auch genau abgezöckelt auf ihren Positionen. Also wie auf dem Aufstellungsplan. weil das Spiel im Hintergrund ja auch so eine Art Gitterraster verwaltet für die einzelnen Spieler, die immer eine Grundposition haben und einen gewissen Raum, ein Rechteck drumherum, in dem sie agieren können. Und immer bei solchen Situationen, wo halt jetzt, also insbesondere bei so einem Abstoß, siehst du sehr schön, wie die wieder in dieses Grundraster zurückfallen. Aber sie können sich ja aus dem Grundraster rausbewegen und das tut jetzt hier auch gleich der erste Spieler beim Abstoß. Der kommt nämlich dem Torwart entgegen, um den Ball anzunehmen. Das ist sehr schön und fühlt sich auch voll nach Fußball an, finde ich, voll realistisch. Ja genau, das ist der Thomas Helmer da, die 5, der bietet sich an sozusagen und kriegt dann auch den Ball und verliert ihn aber direkt wieder, weil Alan Schirer heranstürmt, den Ball dann an ihren Right gibt, an den anderen englischen Stürmer und der schießt aufs Tor. Direkter Torschuss und Ilgner Hell zum Glück. Aber was mich gewundert hat jetzt als Fußballlaie, die restliche deutsche Abwehr steht da tatenlos rum. Die machen einfach links und rechts gar nichts. Ich finde, wenn du vom Torwart aus den Ball dem Innenverteidiger gibst und einen Stürmer presst, das nennt man ja hohes Pressing, die beiden Stürmer laufen auf die beiden Innenverteidiger los, da ist kaum was gegen zu machen, außer den Ball zur Seite rauszuspielen oder einem anderen Spieler zu geben. Und das tut der nicht. Der Verteidiger, der Helmer, der vertändelt den und steht dann zwei englischen Angreifern gegenüber. Und wenn jetzt ein anderer deutscher Verteidiger dazugelaufen wäre, dann hätte er da auch nicht viel ausrichten können. Der musste da stehen bleiben, um sich anzubieten, falls Helmer den Ball zu ihm spielen will, damit die Verteidiger weit auseinander stehen und dann nicht gleichzeitig in die Zange genommen werden können. Es ist eigentlich eine realistische Art, das zu spielen. Der Engländer verschießt ist natürlich albern. Auch der Entfernung kann man kaum noch verschießen, aber mei, passiert halt. Glück für die Deutschen hier. Ich stelle mir das immer in spielmechanischen Vorstellungen vor oder in dem, was macht denn der Spieler hier jetzt eigentlich, wenn ich jetzt die Partie steuern würde und die Deutschen spielen würde, dann wäre mein aktiver Spieler ja Thomas Helmer, der sich hier den Ball gerade hat abnehmen lassen. Entweder würde ich jetzt mit ihm versuchen, die Situation noch zu retten oder, was viel wahrscheinlicher ist, das Spiel schaltet hier auf Bruder Irdner um. Also ich hätte in diesem Fall als Spieler sowieso nur noch die Chance, hier als Torwart zu klären, was ja auch passiert in dem Fall. Ist ganz interessant, weil der ballabgewandte Verteidiger, der nichts mehr machen kann, geht dann nicht auf den Stürmer los, sondern in Richtung des Balles. Und das ist ja eine typische Sensible Soccer Bewegung. Der will dann wenigstens den Abpraller auffangen, wenn da irgendwas passiert. Das saubere Rausspielen aus der Verteidigung mit flachen Pässen, was hier Deutschland versucht hat, ist in der Tat schwierig. Da scheitern auch ganze Profiteams dran. Es gibt ganze Teams in der ersten und zweiten Liga, die das nicht besonders gut können gegen, sagen wir mal, mittelstarke Gegner, wenn die vorne draufgehen im hohen Pressing und die dann einfach den Ball weit nach vorne schlagen. Und das ist ja auch das, was man hier bei Sensible Soccer macht. Einfach Hauptsache weit nach vorne. Das regeln wir dann schon. Nicht hinten im Klein-Klein rausspielen und dann den Ball abgenommen kriegen. Zu gefährlich. Das ist ein gutes Stichwort mit dem nach vorne spielen. Dann springen wir mal zu einer anderen Stelle. Da sind wir jetzt dann in der 16. Minute der Partie und da werden wir jetzt dann sehen, ein schönes Passspiel von der deutschen Mannschaft. Das beginnt mal wieder mit einem Tor aus, also mit einem Abstoß von Bodo Ilkner. Der spielt diesmal auf den Stefan Reuter, also auf den rechten Außenverteidiger. Der gibt es gleich wieder zurück, den Ball, an Thomas Helmer und der schießt ihn vor ins Mittelfeld. Da steht leider keiner von den Deutschen. Das heißt, da sind die Engländer jetzt wieder am Zug. Die kommen dann durch die Mitte gleich wieder zurück. Aber dann ist Helmer wieder da und haut den Ball jetzt weit nach vorne ins englische Feld. Und da steht Karl-Heinz Biedle frei. Einer der beiden deutschen Stürmer passt auf Klinsmann und der hat jetzt eine wunderbare Chance, in die Torecke zu schießen. Aber der Chris Woods, der englische Keeper, der faustet den dann zu seinen Verteidigern. Und in diesem Fall jetzt hier sind die auch alle da. Also Sensible Soccer hat die ganze englische Verteidigungslinie jetzt hier in die rechte Spielfeldhälfte verschoben. Die bleiben nicht unbedingt auf ihrem Grundraster über das Spielfeld verteilt, sondern die sind schon da, wo es gerade brennt. Und deswegen können die Engländer jetzt direkt auch wieder kontern aus dieser Situation heraus. Das ist ja so, wie richtiger Fußball auch funktioniert. Wenn du hinten eine Viererkette hast, dann steht die Viererkette, wenn der Gegner angreift, grundsätzlich so, dass die beiden äußeren Verteidiger etwa auf der Kante des Strafraums stehen. Und wenn der Gegner über, sagen wir mal, über die rechte Seite kommt, dann schieben alle vier Spieler so weit rüber, dass der linkeste Verteidiger etwa auf dem Elfmeterpunkt steht, also auf Höhe des Elfmeterpunktes und das passiert hier auch. Das ist ganz vernünftig gemacht. Die Szene ist so ein bisschen eine untypische Sensible Soccer Szene, weil eigentlich versucht man bei Sensible Soccer so Situationen herzustellen, wo man lange Bälle in den Strafraum schlägt, damit die eigene Spieler KI Gelegenheit hat, da reinzulaufen. Und was die hier gemacht haben, ist, die haben einen kurzen Pass gespielt vor dem Strafraum und dadurch ist die Situation nicht besser geworden und einfach zu schießen von der Strafraumgrenze funktioniert bei dem Spiel nicht so gut. Die Torhüter sind sehr stark, man muss schon Situationen herstellen, wo man sich den Ball zuspielt. Ich finde es fast leichter, Fernschüsse reinzukriegen, weil man die gut drehen kann mit dieser Aftertouch-Mechanik als so Schüsse aus relativ kurzer Distanz. Aber man muss nochmal die KI loben. dieses Rausspielen am Strafraum hinten mit einem, was man heutzutage einen Klatschpass nennt, weil der Außenverteidiger den Ball nur abprallen lässt und ein Dreieck herstellt und damit zu dem Verteidiger zurückgebt. Das ist super. Hammer. Wie FIFA. Nicht zu unterscheiden von FIFA 2024. Also die deutsche Mannschaft hatte hier zwar eine schöne Szene, aber eigentlich sind die Engländer in dieser Partie die Dominierenden und das sehen wir jetzt in der dritten Szene, die ich gerne mit dir angucken wollen würde. Warte mal, eine Sache wollte ich noch zu dieser Szene sagen. Wir haben ja hier gerade diesen Pass gesehen von den beiden deutschen Stürmern, die sich am Strafraum zugespielt haben und dann haben sie geschossen. Wenn man an dieser Szene das Spiel anhält und diese beiden Stürmer sieht, dann haben die Deutschen vier Spieler in dieser Region. Und das andere sind die beiden äußeren Mittelfeldspieler, die die Linie hochgelaufen sind, um, wie man im Fußball sagt, Breite zu geben und eine Anspielstation herzustellen. Und die gehen dann an die äußerste Kante ihres erlaubten Radius, um da die Linie hochzulaufen. Und am Anfang dachte ich, das sei so ein Teil der Mechanik, dass das Spieler sind, die aus der Formation brechen, aber das ist Teil ihrer normalen Formation, dass die hochrücken. Das ist echt gut. Ja, das muss Teil ihrer normalen Formation sein, weil so wie das Spiel unter der Haube funktioniert, gibt es ja immer zwei Spieler, die ausbrechen dürfen aus ihrem vorgegebenen Raum und die anderen Feldspieler bleiben innerhalb von einem bestimmten Bereich um ihre Grundposition herum. Das kann manchmal ganz kuriose und interessante Situationen schaffen. Da würde ich dir jetzt eine zeigen, wo man ganz gut sieht, wie das mit diesem freien Spieler funktioniert. Das beginnt jetzt hier diese Szene mit einem Schuss der deutschen Mannschaft in die englische Spielfeldhälfte. Da ist der Riedler, der nimmt den Ball an und stürmt in Richtung Tor, dann kriegt er ihn aber abgenommen und der Spieler hier, das ist Lothar Matthäus, Mittelfeldspieler. Jetzt geht der Ball, wie gesagt, auf den Riedler, der wird jetzt hier von Holgers Coyne getackled, der nimmt ihm den Ball ab. So, was macht der Matthäus jetzt? Der geht jetzt hier hinterher, der geht den Ball nur gerade hinterher, hinterher, der fliegt jetzt weiter, wird von den Engländern abgenommen, geht schon in Richtung Strafraum und auf der Linie zum Strafraum ist Matthäus da und nimmt den Ball ab. Der ist also aus der gegnerischen Hälfte bis in den eigenen Strafraum zurückgerannt, um den Ball abzunehmen. So, und der klärt jetzt, indem er zu Stefan Reuter nach außen schießt. Und was macht er jetzt? Der Ball ist ja immer noch im deutschen Strafraum, das ist immer noch gefährlich. Die Engländer haben ihre Stürmer da, noch einen Mittelfeldspieler. Der Matthäus würde hier ganz gut gebraucht. Aber der läuft jetzt wieder zurück aus dem Bildschirm raus, aus seiner Position. Meine Theorie ist, der ist jetzt einfach nicht mehr einer der beiden aktiven Spieler, sondern die beiden aktiven Spieler, die das Spiel bestimmt hat, das ist jetzt der Thomas Helmer, einer der Verteidiger und ein anderer Mittelfeldspieler, der Guido Buchwald, die jetzt im Strafraum dem Ball nachgehen. Genau und der Ball bewegt sich auch nicht mehr in seine Richtung und er ist nicht einer der nächsten Spieler zum Ball. Es gibt drei deutsche Spieler, die näher sind zum Ball, also bleibt für ihn nur in die Formation zurückzugehen und das ist in dieser Szene so besonders auffällig, weil er so weit weg ist von seiner Formation. 40, 50 Meter muss er zurücklaufen. Richtig. Aber was für ein Hammer Sprint, wie gut das ausgesehen hätte in der Sportschau oder auf Sky, dass er bis zurück dabei ist er nicht mal der beste Läufer in der deutschen Mannschaft. Aber ja, dann nimmt er den Ball ab und entschärft damit die Situation für den Moment, weil wie gesagt, er dampft er dann wieder ab und lässt den Rest seiner Mannschaft hier das im Strafraum machen und dann wird es tatsächlich direkt im Anschluss gefährlich. David Platt hat da den Ball und einer der deutschen Verteidiger, nämlich Jürgen Kohler, weiß sich dann nicht mehr anders zu helfen, als den Beintorschuss umzugrätschen. Das war auch im realen Leben ein Spieler, dem die harte Gangart nicht fremd war. Ja, und dementsprechend gibt es jetzt dann einen Elfmeter für die Engländer, der wird von Ian Wright dann auch direkt eingekastet. Zack, 37. Minute, 1 zu 0. Also kein glückliches Spiel für die deutsche Mannschaft soweit. Es ist auffällig hier, wie schlecht der Computer grundsätzlich passt, in dieser Partie Computer gegen Computer und das ist aber auch so, wie meine ersten Partien jetzt beim Wiederlernen im Jahr dieser Aufnahme sich angefühlt haben. Ich konnte das früher zu der Zeit, als ich auf dem Amiga gespielt habe, ganz gut mit Kurzpassen spielen und das Spiel bietet sich auch dafür an. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil es ja keine Passtaste gibt, sondern du halt die normale Schusstaste kurzdrücken musst, aber wenn du das drin hast, dann kannst du da ganz schnelle One-Touch-Pässe spielen hintereinander, zack, 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 zwischen den Spielern hin und her, was ja gut passt, weil ja sich immer jemand freiläuft und du das wirklich damit auch steuern kannst und wenn ich mir so auf YouTube Partien von Leuten angucke, die es gut können, also die bei irgendwelchen Turnieren, die Finals spielen oder so, die spielen auch so. Hier der Computer spielt genauso, wie ich am Anfang gespielt habe, jetzt zur Zeit meines Wiederlernens, viel gerade auslaufen, wenig Pässe seitwärts, früh schießen aus Verzweiflung und so und nicht so sehr Situationen herstellen. Es ist natürlich immer noch ein Fußball- Computerspiel und auch die Spiele, die danach kamen, haben noch lange Jahre typische Situationen gehabt, also Situationen, die sehr wahrscheinlich ein Tor erzeugen, auch bei viel späteren Fußballspielen, 10, 15 Jahre später noch und hier böte es sich an, ein paar Situationen herzustellen, aus denen leichter Tore fallen. Das macht der Computer aber nicht, weil er weiß, dass es unfair ist oder weil er es nicht kann. Oder weil er es nicht kann, vermutlich, das wäre aber auch ein bisschen viel verlangt. Der Kern des Spiels ist ja jetzt nicht das Spiel gegen den Computer, sondern das Spiel gegen einen anderen Menschen. Ich finde zwei Sachen hier nochmal auffällig, nämlich zum einen, für mich als einen Fußball-Lion ist es schon interessant, was aus dem Spielverlauf der Situationen entstehen, die durchaus das Gefühl der Dramatik von einem echten Fußball haben, auch wenn das natürlich mit echten Fußball gerade mit der Taktik von echten Fußball nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Aber das sieht in einigen Szenen schon so aus. Und das andere, was auch nochmal sehr augenfällig wird, wenn man sich so eine Partie anguckt, um darüber zu sprechen, was da passiert ist, wie wahnsinnig schnell dieses Spiel ist. Wir haben uns diese Partie jetzt in einem Viertel der normalen Geschwindigkeit angeguckt. Und dann kann man ganz gut darüber reden, wenn man das in normalen Geschwindigkeit anguckt, du kannst kaum folgen, was da auf dem Bildschirm passiert, so schnell ist es. Ja, es geht zack, zack. Wenn du nicht besonders gut spielst, ist es auch schwer, den Ball lange zu halten. Ganz oft geht es im Mittelfeld, der eine verliert den Ball, schießt, der andere verliert den Ball, schießt und nochmal hin und nochmal zurück. Aber es hat halt schon so viele Merkmale. Und das ist ja ein bisschen der Kern eines jeden Fußballspiels, es kann so unberechenbare Situationen herstellen, die sich einfach aus dem Spiel ergeben, zufällig, ohne dass die vorberechnet waren. So Heldentaten wie die von Matthäus zum Beispiel, das ist ja jetzt nichts, was die KI als Muster drin hat. Das passiert einfach aus der Art, wie die Spieler geführt werden hier. Ja, es ist auch interessant zu hören, dass du über diese Partie 16-Bit-Fußball genauso sprechen kannst wie über eine reale Partie, was die Interpretation der Spielsituation und der Spielzüge angeht. Das finde ich schon faszinierend. Vielen Dank für diese kurze Übung, dann kehren wir zu unserem normalen Gespräch zurück. Jetzt haben wir das ein bisschen im Live-Betrieb beobachten können, wie deutlich das Spiel mit den Formationen arbeitet, wie sich die Spieler freilaufen können und das kommt daher, weil das Spiel ein eigenes System hat, um festzustellen, wo das Spiel hinläuft, eine Art Messung. Das nennen sie den Fächer. Sie legen auf den Ball eine fächerförmig unsichtbare Fläche, die sich in mehrere Richtungen vom Ball aus erstreckt und damit will das Spiel ermitteln, in welche Richtung du den Ball und oder den Spieler bewegst und danach berechnet es dann, wie es die Spieler bewegen soll. Um das ein bisschen genauer zu beschreiben, man muss sich das vorstellen, als sei der Ball die Mitte einer Kompassrose und auf dieser Kompassrose zeigen jetzt drei Linien beispielsweise nach Nordwesten, nach Norden und nach Nordosten. Das ist der Fächer. Diese drei Linien bilden den Fächer. Wenn ich jetzt nach Norden drücke, dann zeigen die Linien nach Nordosten und Nordwesten die naheliegenden Abweichungen. Also es sind jetzt hier in meinem Beispiel drei und im Spiel sind es fünf. Das Spiel sieht dann, aha, der will auf diese Linie laufen und kann leicht auf die nächste und die andere abweichen. Ich aktiviere die Verteidiger auf diesen Linien. Wenn ich jetzt aber abrupt nach rechts wechsle, dann wechselt der Fächer von Nordwesten, Norden, Nordosten auf Nordosten, Osten, Südosten. Und jetzt bleiben die Verteidiger, die im Norden waren, stehen, weil die werden nicht mehr angesprochen. Der Fächer zeigt nicht mehr auf die. Und wenn jetzt ein Verteidiger im Osten steht oder im Südwesten, der wird neu angesprochen und der Fächer im Überschnittbereich auf Nordosten, für den ändert sich nichts, der kommt immer noch hast du das verstanden, Christian? Das klärt gerade wie ein Textadventure. Von daher, ja, habe ich verstanden. Genau, also was das Interessante daran ist, ist, dass es antizipiert anhand deines Joystick-Drucks. Dein Joystick-Druck zeigt dem Spiel an, in welche Richtung das Spiel gehen soll und legt damit eine unsichtbare Linie irgendwo hin und Verteidiger, die in der Nähe dieser Linie stehen, kommen dann zum Ball gelaufen. Und aber auch eigene Spieler von dir, das haben wir angerissen in dem Kommentar vorhin, die wissen dann ja auch, wo es hingehen soll und die bewegen sich auch in diese Linien. Das ist das, was so magisch wirkt. Eine der schönsten Arten, ein Tor zu erzielen, ist, wenn du auf die rechte Strafraumkante zuläufst, geradeaus, und von da aus schießt, noch weit außerhalb des Strafraums, das nennt man im Fußball das Halbfeld, und du schießt aber nicht aufs Tor, sondern so leicht am Tor vorbei, auf die dir abgewandte Seite, auf die Ecke des Fünf-Meter-Raums, dann hat der Ball eine Zeit lang zu fliegen und du drückst in diese Richtung und zeigst damit deinem Spieler und den Verteidigern, aber halt auch deinem anderen Spieler an, wo der Ball hingeht und dann passiert es oft, dass dann magisch genau in diesen Schuss oder diese Flanke ein Spieler von dir reingerutscht kommt, den du dann übernehmen kannst und der dann mit einer Grätsche oder mit einem Kopfball oder so das Tor erzielt. Das ist eine der schönsten Arten, in diesem Spiel ein Tor zu erzielen. Und das geht nur, weil es dieses Fächersystem hat. Also man merkt, da ist unter der Haube einiges los. Viel mehr, als es den ersten Eindruck entspricht, denn das sieht ja mit seinen süßen kleinen Pixelfiguren auf dem weiten, offenen, grünen Feld nicht nach einem komplizierten oder tiefgrändigen Spiel aus. Das ist aber viel mehr, als man das so meint. Aber, da kommt jetzt natürlich noch ein Aber dazu. Ich sage erst noch mal vorneweg, das führt dazu, dass das Ganze stellenweise aussieht, wie man sich Fußball vorstellt. Also die Formationen verschieben sich, es ist viel Bewegung auf dem Spielfeld und es kommt zu so typischen Situationen, wie es das halt in Fußballspielen passiert. Es kann Alleingänge geben, es gibt die Lattenschüsse, Abpraller, es kommt zu Fouls und dann daraus entstehenden Freistößen. Das Spiel wucht vor und zurück, du hast manchmal schöne Ballstabfetten. Also da ist wirklich viel Dynamik drin und es macht auch einfach Spaß, so einer Partie Senn-Super-Soccer zuzugucken. Auf der anderen Seite ist aber halt ein Parameter der Senn-Super-Soccer dann doch wieder sehr deutlich abhebt von einem realen Fußballspiel und seine schierige Schwindigkeit. Ich habe das ja vorhin auch schon kurz in unserer Spielanalyse erwähnt. Senn-Super-Soccer ist nicht untypisch für die damalige Zeit, das gilt für Kick-Off schon auch, ein echt schnelles Spiel. Ja, das stimmt. Also die Partien dauern so ein paar Minuten, kannst du einstellen, drei, fünf, sieben, sowas, so zehn Minuten ist, glaube ich, die längste Partie und da geht es ziemlich rasant hin und her und innerhalb von Sekunden kommst du von dem einen Ende des Spielfelds ans andere Ende des Spielfelds. Und das ist aus heutiger Sicht, wenn man FIFA gewohnt ist oder Pro Evolution Soccer oder wie die jetzt alle heißen heutzutage, die heißen ja alle anders, da ist das ein bisschen ungewöhnlich. Ist aber, also ich bin nicht ganz sicher, also ich habe damals nicht gedacht, boah, das ist aber schnell. Das denke ich nur heute in der Rückschau. Meinst du, das ist das Alter, dass das für uns jetzt halt einfach so rasend schnell ist, weil unsere Reflexe inzwischen schnecken gleich sind. Ja, genau. Manchmal rasen auf der Straße, die schnecken an mir vorbei. Damals haben wir uns zwischen dem Pass noch schnell mal einen Kaffee geholt, aber heutzutage ... Also ich glaube schon, das ist einfach ein anderer Spielgeschmack heute, gerade bei diesem Genre und überhaupt bei Spielen, weil du heutzutage ja viel präzisere Kontrollen hast. Du hast diese Gamepads mit den Zehntasten und den Analogsticks. Das war ja damals alles noch viel kruder. Aber wie gesagt, also man konnte es gut steuern und es hat das schon in Ansätzen, was wir später, wir Pro Evolution Soccer Fans immer bei Pro Evolution Soccer behauptet haben, nämlich, dass daraus so viele unterschiedliche Situationen entstehen, die du nicht berechnen kannst, weil auch mal Fehler drin vorkommen. Sie haben am Anfang diesen typischen Torwart in dem Sensible Soccer von 92, der auf bestimmte Distanzen einfach immer alles hält und überlistet werden muss, indem man von einem bestimmten Winkel schießt, in den er nicht rankommen kann, indem man einen Abpraller verwandelt oder indem man mit so einem Bogenschuss den in die Seite dreht, wo er ihn nicht kriegen kann. Später gehen sie dazu über, so einen moderneren Torwart zu haben, der auch mal einen dummen Fehler machen kann, wie bei FIFA oder bei Pro Evo Soccer, wo der mal dann einfach einen leichten Ball passieren lässt und einen unmöglichen hält und so. Und das ist auch so ein Tick schon in Richtung des modernen Fußballs, den sie da gehen. Das war ein umstrittenes Feature übrigens. Also wir kommen in einen Bereich jetzt, wo mich deine Meinung sehr interessieren würde, weil du das viel besser beurteilen kannst als ich. Wir haben jetzt hauptsächlich beschrieben, wie Sensible Soccer aussieht und wie es funktioniert. Aber eine mindestens genauso interessante Fragestellung ist ja, wie fühlt es sich denn an? Also es sieht aus wie Fußball, aber fühlt es sich an wie Fußball? Und ich sage dir mal kurz meine Perspektive als Laie. Für mich fühlt sich eine Partie in Sensible Soccer nicht unbedingt wie Fußball an, was vor allen Dingen daran liegt, dass mir als Einsteiger in Sensible Soccer kein richtiger Spielaufbau gelingt. Und ich sage spezifisch, mir als Einsteiger gelingt das nicht. Ich sage nicht, das ist nicht möglich. Im Gegenteil, Profis können das. Aber weil das Spiel so schnell ist und deswegen so stakkatoartig getaktet ist, musst du wirklich blitzschnelle Entscheidungen treffen. Also ein langes Gedribbel oder große Alleingänge kann man eigentlich vergessen in Sensible Soccer, insbesondere als jemand, der das Spiel erst lernt, sondern das geht pass, 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 pass. Es ist ein Spiel, der kurzen und schnellen Pässe. Dementsprechend also so ein taktischer, langsamer Spielaufbau, wo du eine Chance herausarbeitest, wo du auf eine Schwäche in der gegnerischen Stellungsspiel wartest oder sowas. Also für mich ist das völlig unmöglich in Sensible Soccer, aber das ist jetzt meine Line-Perspektive. Und was mich besonders überrascht hat, auch nochmal im Wiedereinsteigen in Sensible Soccer, ist, wie steil die Lernkurve in dem Spiel ist. Denn es hat eine sehr, sehr starke Skill-Komponente, aber das ist ein Skill, den man sicher arbeiten muss. Man muss das Spiel erstmal lesen können, man muss die Steuerung überhaupt erstmal beherrschen und dann muss man mit dieser Geschwindigkeit klarkommen. Und das dauert eine Weile. Das Spiel hilft dir dabei auch nicht. Zum Beispiel hat Sensible Soccer anders übrigens als Kick-Off 2. Einer der wenigen Vorteile von Kick-Off 2, Sensible Soccer hat keinen Übungsmodus, wo du mal allein auf dem Feld wärst mit deiner Mannschaft und so ein bisschen aufs Tor schießen kannst. Das gibt es hier leider nicht. Das muss man alles im Ausprobieren lernen, im direkten Duell mit den Gegnern. Und das ist schon haarig. Und es hat ja authentische Spielerwerte. Du hast das vorhin schon beschrieben, dass jedem Spieler Werte zugrunde liegen in sieben Kategorien wie Laufgeschwindigkeit, Schusskraft, der Ballkontrolle, der Passgenauigkeit und so weiter. Aber das Spiel sagt dir diese Werte nicht. Die sind nirgendwo sichtbar. Das heißt, du musst das aus der Spielerfahrung mit deinem Team und den einzelnen Spielern heraus lernen, erspüren, wie gut die Ballkontrolle zum Beispiel von deinem Linksaußenverteidiger ist. Im Zuge der Serie wird das Stück für Stück langsam transparenter nach hinten raus, aber nie vollständig. Also das Sensible World of Soccer hat auch noch keine Spielerwerte, keine transparenten. Sensible World of Soccer 96, 97, also das späteste von diesen Upgrades, das hat dann immerhin hinter den Spielernamen drei Kürzel, mit denen die jeweiligen Stärken des Spielers benannt sind, aber immer noch nicht die konkreten Werte. Und es gibt deswegen im Internet von Fans generierte Datenbanken, wo du nachgucken kannst für jeden einzelnen Spieler, was denn eigentlich seine Werte sind. Also ein Lothar Matthäus zum Beispiel aus Sensible World of Soccer, der hat die besten Note, also sieben, bei Schusskraft, dem Finishing, also dem Abstauben, dem Torschuss und bei der Passgenauigkeit und zum Beispiel eine drei bei der Geschwindigkeit. Das merkt man natürlich im Spiel relativ schnell, dass der Matthäus jetzt langsamer läuft und schneller dann auch eingeholt wird von Gegnern als jetzt seine Teamkollegen, aber das könnte einem das Spiel schon auch mal transparent machen. Also das ist eine etwas unerwartete Lernkomponente, finde ich, für ein Fußballspiel, dass ich mir tatsächlich die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Mannschaftsmitglied für jede einzelne Mannschaft selbst erschließen muss. Ich finde das interessant, weil das ist, glaube ich, was Leute wie John Hare voraussetzen. Ja. Dass du das ungefähr weißt. Ja, gut möglich. Also natürlich nicht komplett, ist ja aber auch wurscht. Du siehst ja, weil du Fußball guckst, was diese Leute für eine Rolle spielen in ihrer Mannschaft und kannst dann daraus ja die Werte extrapolieren. Wenn du halt siehst, so einen Spieler wie Matthäus, der ist halt in der deutschen Nationalmannschaft, ist er halt immer der, der die Bälle kriegt, weil die anderen, oh, der Matthäus kommt, lass das mal den machen. Und der ist ja auch ein Starspieler im Spiel. Dann siehst du natürlich, dass der für bestimmte Sachen geeignet ist. Aber das ist so ein typischer Blick von Fußballfans, glaube ich, auf diese Sachen. Und der Herr kann das nicht verhehlen, dass der Fußballfan ist. Der geht sogar so weit, im Gespräch mit mir den Macher von Kick-Off 2 zu dissen, weil der kein so großer Fußballfan sei. Also unbewiesene Äußerung, keine Ahnung. Aber Herr macht wirklich den Eindruck, als würde er Fußball leben und atmen. Und vielleicht sieht man dann so ein paar Sachen anders. Ich finde schon, dass es sich grundlegend realistisch anfühlt. Aber ich habe natürlich so viel FIFA und Pro Evo gespielt, dass ich das jetzt nicht mehr so ganz klar beurteilen kann. Was ich am Anfang fand, ich habe am Anfang gedacht, also beim Wiederspielen, da habe ich gedacht, das habe ich doch ganz anders in Erinnerung, Gunnar. Das ist ja ein reines Actiongebolze. Das geht ja nur zack, 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 weil ich gegen den Computer gespielt habe und der Computer das auch macht. Ich weiß nicht genau, wie die KI da funktioniert, aber wenn ich halt dummes Actiongebolze mache und die Bälle nach vorn schlage, weil ich nicht genau weiß, was ich tun soll, macht der Computer das auch. Und dann hast du so ein Spiel so bam, baff, 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 hin und her und das sieht auch echt scheiße aus. Und dann habe ich gedacht, mit den Kurzpässen klappt das überhaupt und habe mich dann darauf trainiert, ein Kurzpassspiel zu machen und zwar eine der großen Schwierigkeiten gut zu lösen, die wir kurz angesprochen haben in dem Kommentarteil, nämlich aus der eigenen Abwehr rauszuspielen, ohne den Ball zu verlieren und ohne den langen Ball spielen zu müssen. Und als es mir dann gelungen war, dass ich so ein Kurzpassspiel bis zum gegnerischen Strafraum machen konnte, da hatte ich wieder so ein richtiges Gefühl von Kontrolle und Fußball und dachte, aha, okay, jetzt habe ich das Instrumentarium so weit raus, ich muss nicht den langen Ball schlagen und auf Glück hoffen und dann den Gegner pressen, der den Ball gekriegt hat durch meinen langen Ball und dann wiederholen, sondern ich kann den Ball auch einfach in so einer Art Ballbissitzspiel, in einem Tiki-Taka in meinen Reihen halten, ohne dass die Gegner überhaupt rankommen, wenn ich gut genug bin. Dann hat es sich für mich wie Fußball angefühlt, aber erst nach ein bisschen Lernkurve, das stimmt schon. Okay, also wie gesagt, deine Einschätzung ist da für mich sehr relevant, weil du das viel besser beurteilen kannst und Sensible Soccer ist ja nun damals wie heute ein Spiel, das ausgesprochen populär gewesen ist und nach wie vor ist, unter anderem auch deswegen, weil es eben diese wunderbare Balance, diesen schönen Kompromiss schafft zwischen etwas, was tatsächlich wie Fußball funktioniert und gleichzeitig aber auch diese Zugänglichkeit und diesen hohen Spaßfaktor hat, eben auch durch seine Geschwindigkeit, die ja auch eine chaotische Komponente mit reinbringt. Also es hat ja stellenweise fast schon was Slapstick-haftes vor allen Dingen, wenn du, was ja auch möglich ist, auf anderen Rasenverhältnissen spielst, zum Beispiel auf einem nassen oder sogar einem vereisten Rasen, wo dann deine Leute, wenn sie eine Grätsche machen, meterweit über den ganzen Rasen schlittern und dann hat das Ganze schon was chaotisch, Comedy-haftes sogar und diese kleinen Männchen, die ja wenig animiert sind, aber trotzdem überraschend evokativ sind. Also das fühlt sich gleichzeitig abstrakt an, sodass man eine gute Übersicht hat über das, was passiert und trotzdem aber irgendwie auch lebendig, weil so viel los ist, weil so viel Aktion durch die schiere Bewegung auf dem Feld auch kommt mit diesen kleinen Figürchen. Das ist schon sehr charmant. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist die Soundkulisse, die, ich wollte atemberaubend sagen, aber sie ist ja gar nicht atemberaubend, sie ist ziemlich rudimentär, aber für ein Spiel der Zeit ist das halt was Neues. Die Fußballspiele davor, auch Kick-Off, die haben einfache Plink-Platz-Geräusche so und natürlich ein bisschen Musik und hier haben wir erstmals auch so Zuschauer, so ein Raunen, eine Stadion-Atmosphäre, das geht ein ganzes Stück darüber hinaus, über das, was bislang üblich war und es ist das erste Spiel, das sich da rantraut, so eine Atmosphäre zu kreieren. Und später hat es dann auch einen richtigen Kommentar in den Sensible World of Soccer-Teilen, noch nicht so ausgefeilt wie spätere Fifas, aber schon ein Kommentar zu dem, was auf dem Spielfeld passiert, passend ausgewählte Sound-Samples, schon ganz cool. Und das mit den kleinen Figürchen ist echt ganz erstaunlich, weil die sind wirklich nicht sehr detailliert und sind auch wirklich, wie du sagst, nicht besonders umfassend animiert, das ist ja auch eine Performance-Frage, ja, mit vielen Spielern, die sie da auf dem großen Feld bewegen müssen. Das war auch gar keine triviale Aufgabe für den Chris Chapman, diesen größeren Spielausschnitt zeigen zu können im Vergleich zu Kick-Off. Das war schon eine der größten Schwierigkeiten in der Entwicklung. Dass es aber mit diesen kleinen Figuren trotzdem gelingt, weil sie halt mit den Farben gut arbeiten, dass du die Mannschaften erkennst, sie haben diese Haarfarben und die Hautfarben, um Spieler zu unterscheiden und weil sie auch so klar ihre Positionen einhalten, weißt du natürlich auch, dass der vordere blonde Typ halt Jürgen Klinsmann ist. Die Nummern werden ja eingeblendet vom aktiven Spieler. Ja, ja. Daran kannst du es natürlich auch nochmal sehen, aber man muss ja die Nummern auswendig können. Ja, aber John Hare würde das voraussetzen. Ja, ja, wahrscheinlich. Ist ja auch so, die meisten Nummern sind ja selbsterklärend. Ja, das ist schon wahr. Ja, also, dass das technisch gar nicht so ohne ist, merkt man auf dem Amiga 500 auch, weil wenn dann mal wirklich viele Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm sind, dann kann es auch sein, dass er mal zu ruckeln anfängt. Also bei Freistoßsituationen oder Eckbällen, da geht er dann schon mal in die Knie. Genau, also famously, Eckbälle sind das, wo die Performance am meisten an die Kante getrieben wird, sagte auch der Chapman. Er meinte halt, wir haben es überall gut hingekriegt und bei Eckbällen merkt man es halt, dass wir an der Grenze arbeiten. Das fand ich ganz charmant. Das ist vermutlich auch der Grund, warum du zwar den Schiedsrichter pfeifen hörst, aber ihn nicht auf dem Spielfeld siehst. Der Amiga hat schon genug zu tun, damit die Spieler darzustellen. Da mutet ihm das Spiel nicht auch noch ein Schiri zu. Wir hatten vorher schon mal kurz den Punkt, wo das Spiel Kompromisse macht. Das ist ja ein Spiel, das sich eine authentische Fußballerfahrung auf die Fahne geschrieben hat. Und das äußert sich auch in Optionen wie zum Beispiel dem, dass du in einer laufenden Partie auch noch Entscheidungen von der Trainerbank treffen kannst. Du kannst zum Beispiel Auswechslungen vornehmen, du kannst die Spielstrategie verändern. Also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, aber das gehört natürlich zu einem authentischen Fußballerlebnis logischerweise auch dazu. Umso verwunderlicher fand ich das, und da würde mich jetzt deine Theorie dazu interessieren, Gunnar, spontan, dass zwei Sachen fehlen noch in dieser ersten Sensible Soccer Version, die ja nun wirklich integral zum Fußball dazugehören. Zum einen die Karten fehlen, also gelbe Karte, rote Karte ist nicht im Spiel. Hast du in der Theorie dazu, warum das so ist? Ich glaube, ihnen geht die Simulation flöten, wenn sie weniger Spieler haben. Also du kannst keine gelbe Karte haben ohne rote Karte. Und eine rote Karte heißt ja, dass du die Formation aufgeben musst. Und dann müsste sich das umändern. Und vielleicht war das so kompliziert, das Spiel zu simulieren, das auf elf Spieler ausgelegt ist. Vielleicht. Also gelbe und rote Karten sind das Erste, was sie reinpatchen, beziehungsweise in der ersten aktualisierten Version, die noch im gleichen Jahr kommt, die Sensible Soccer 92, 93 Fassung, die hat das dann drin als Neuerung. Das heißt, es kann vermutlich technisch nicht so kompliziert gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber meine Annäherung wäre, in erster Linie glaube ich, ist das relevant, wenn du mehr als ein Einzelspiel spielst. Also wenn ein Spieler zum Beispiel auch für ein folgendes Spiel fehlen kann oder wenn er über mehrere Partien hinweg genügend Gelbe anhäufen kann, um halt eine Sperre zu haben. Also in Meisterschaften oder in Ligen. Und die gibt es schon auch in Sensible Soccer. Aber ich weiß gar nicht, ob das gedacht war als ein Hauptbestandteil am Anfang und ob sie vielleicht deswegen darauf verzichtet haben. Auf jeden Fall waren diese Ligaspieler oder die Meisterschaften gerade mit mehreren Spielern dann ein super populäres Element von Sensible Soccer. Aber das ist jetzt auch eine Spekulation. Ich weiß es einfach nicht genau. Es ist ein bisschen seltsam, dass es fehlt. Eine andere Sache, die fehlt, ist die Upseiz-Regel. Warum ist das nicht drin? Das sagt das Spiel ja gleich am Anfang sogar, dass die Upseiz-Regel nicht drin vorkommt. Gleich am Anfang der Anleitung fand ich auch überraschend. Ich glaube, das braucht die Upseiz-Regel nicht, weil es ja die Spieler kontrolliert. Ja, das wäre auch genau meine Erklärung. Die Spieler stellen sich so auf, als gäbe es eine Upseiz-Regel. Das sieht man ganz gut, wenn zum Beispiel ein Einwurf in der Nähe des Strafraums ist. Dann macht das Spiel nämlich einen Trick, der im echten Fußball so nicht gemacht wird. Dann halten sich die gegnerischen Spieler fern vom Einwerfenden, weil sonst kommst du gar nicht wieder gut ins Spiel. Und im richtigen Fußball werden die Spieler, die sich anbieten für den Einwerfenden, werden ja gedeckt. Ein Einwurf kann dir auch sofort in die Gegenrichtung gehen. Und das Spiel lässt sich hier frei einwerfen. Und dann sieht man, am Strafraum steht dann, wenn 4-4-2-System von beiden Seiten gespielt wird, steht da schön aufgereicht die vier Verteidiger, leicht verschoben in Richtung des Einwerfenden. Und die beiden Stürmer stellen sich nicht ins Upseiz. Die stellen sich da vor. Also sie dringen da nicht in den Strafraum ein. Und ich glaube, damit vermeidet das Spiel einfach Upseiz-Situationen. Es kann natürlich trotzdem im Gewühl mal eine passieren. Aber das ist so unwesentlich und so unwichtig auch für das Spiel, dass eine Upseiz-Regelung alles nur komplizieren würde. Und dann müsste ja die Spieler von alleine ins Upseiz laufen können. Und das vermeiden sie einfach. Ja, genau. Also ich denke auch, dass das Upseiz einfach irrelevant ist in diesem Zusammenhang, weil Upseiz für diejenigen, die jetzt nicht tief in den Fußballregeln drin sind, entsteht dann, wenn sich ein Spieler aus unserer Mannschaft vors Tor stellt, hinter die gegnerische Abwehr. Also wenn er näher am gegnerischen Tor dran ist als der erste gegnerische Abwehrspieler oder Feldspieler, dann ist im Upseiz, das möchte man normalerweise im Fußball nicht haben, weil das zu unfairen Torschossen führen kann. Das ist ein ganz anderes Spiel übrigens, weil du vorhin so historisch eingestiegen bist. Die Upseiz-Regel wurde 1925 eingeführt und die hat den Fußball zu dem populären Spiel gemacht. Vorher haben sich die Leute einfach stumpf nach vorne hingestellt und haben da so gewartet, dass da irgendjemand einen Ball hinschlägt. Und dann gab es dieses ganze Spielen über das ganze Feld nicht. Das war dann eher wie Handball. Durch die Upseiz-Regel hat sich dann über die langen Jahre der moderne Fußball entwickelt. Ja, also das ist eine super wichtige Regel, aber im Kontext von eben so einem Computerspiel, wenn einer deiner Mannschaftskollegen, den du nicht kontrollierst, sich ins Upseiz stellen würde und deswegen gepfiffen wird, ist das eine unbefriedigende Spielerfahrung. Kannst du als Spieler ja nichts dafür. Deswegen darf nicht passieren. Andersrum, ich selber kann meinen Spieler nicht ins Upseiz stellen. Das ist keine sinnvolle Möglichkeit für mich als Spieler, weil ich ja dem Ball hinterherjage und nicht darauf warte, dass jemand anderes mir einen Pass zuspielt. Deswegen, aus diesen beiden Perspektiven macht es einfach keinen Sinn, eine Abseitsregelung zu simulieren und dementsprechend ist sie nicht berücksichtigt. Ja, hast du gut erkannt, Christian. Wie ein Profi, möchte ich sagen. Wenigstens das. Ich bin schon ganz stolz auf mich. Du wirst noch ein richtiger Fußballer werden. Wenn es das völlig falsch ist, was ich hier interpretiert habe und in den Kommentaren hagelt, ist da eine richtige Stellung. Also wir haben es schon gesagt, das Spiel hat diverse Modi, also auch Ligen und Turniere, die du spielen kannst. Es hat eine Vielzahl an Optionen, die auch aufs Solospiel gehen, theoretisch. Du kannst ja auch noch die Spieler editieren und sowas. Aber es ist einfach ein Spiel, das bei weitem am meisten Spaß macht, zu zweit. Und ich finde, das wird später ein bisschen ausgeglichener, weil es in der späteren Serie mit Sensible World of Soccer dann auch noch so einen Manager-Modus kriegt, so einen rudimentären, wo du gar nicht mehr spielen musst, wo du einfach wie so ein Manager agierst, wie in den Manager spielen. Und so Zwischenmodi, wo du beides machen kannst, dann kannst du die Mannschaft noch einstellen und Taktiken festlegen und auch Spieler kaufen und dann selber spielen. Und Sensible World of Soccer wird eher zu dem Spiel, das sich auch als Solo-Erfahrung mehr lohnt als das ursprüngliche Spiel. Also dieses Sensible Soccer 96, 97 oder diese Sensible Soccer-Version, das sind auch die, die man offiziell noch irgendwo kaufen kann zuweilen. Und die kann man schon noch ganz gut spielen, finde ich. Auch länger und auch Solo, auch wenn man keine Freunde hat, wie du, Christian. Ja, zumindest keine, die Fußball beim Computer mit mir spielen möchten. Muss ich warten, bis der Sohn groß genug ist, dann verdonnere ich ihn dazu. Aber gerade in diesen Zweispieler-Kombinationen, wo man gegen einen Kumpel oder mit mehreren Kumpels dann auch antritt, was ja in so einer Meisterschaft auch geht, da ist ein Feature wieder super wichtig, dass du gerade so im Vorbeigehen erwähnt hast, nämlich die Möglichkeit, die Mannschaften zu editieren. Das ist natürlich im Singleplayer auch relevant, wenn wir jetzt, sagen wir mal, das deutsche Team auf dem aktuellen Stand halten möchte, kann man hier die Spielernamen selber eintragen. Aber vor allen Dingen kannst du das natürlich nur zum deinen eigenen Teams zu machen. Das ist auch das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir natürlich meine Stay-Forever-Mannschaft gebaut mit Gordon Freeman im Sturm und Larry Leffer in der Verteidigung. Das ist ja wie bei Worms, weil du da ja halt gegen einen Kumpel antrittst, der das Gleiche auch machen kann, ganz der mit deinen eigenen Leuten ausfällt. Deswegen ist es doppelt schade, dass du während der Partie die Namen nicht eingeblendet siehst, aber zumindest bei den Torschüssen zeigt das Spiel das ja an. Und wenn dann Gable Knight bei mir ein Tor geschossen hat, das ist ein großes Hallo. Das ist nochmal schöner, als wenn das jetzt der Riedle gewesen ist. Mit Spielehelden ausgerechnet. Ja, würde ich schon gar nicht ertragen, glaube ich, mit Spielehelden zu spielen. Das muss schon was Realistisches sein. Kann ja auch was anderes sein. Das haben sie ja auch dann ausgebaut, sukzessive hier in dem ersten Sensible Soccer. Da kannst du ja nur eine der existierenden Mannschaften umwidmen. Also da musst du dann, keine Ahnung, die Verröhr-Insel nehmen und musst da halt ein eigenes Team draus machen. Aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Spielerwerte bleiben halt im Hintergrund erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt mein Stay-Forever-Team mit den Verröhr-Inseln mache, dann ist es halt auch das schlechteste Team in der ganzen Liga. Ich müsste jetzt schon, sagen wir mal, Italien umbauen, wenn ich ein Spitzenteam spielen möchte. Das ändern sie dann mit Sensible World of Soccer. Da gibt es dann die sogenannten Custom Teams. Da kannst du dann tatsächlich auch eigene Teams anlegen, ohne dass du eine existierende Mannschaft verändern musst. Und da sind dann vordefinierte dabei. Und da kommt dann wieder der Sensible Software Humor durch. Das sind dann lauter vordefinierte humorige Listen, die da drin vorkommen. Und unter anderem auch das Sensible Software-Team selbst zum Beispiel. Oder Einrichtungsgegenstände, Doorstops zum Beispiel, also Türstopper. Das sind dann so Sachen wie ein Stein, eine Toiletten, Papierrolle und sowas sind dann halt deine Mannschaftsmitglieder. Engländer halt. Engländer. Christian, hast du noch was Profundes zu sagen? Vielleicht nur noch zu der Seriengeschichte ganz grob. Das hatten wir jetzt eigentlich schon angerissen. Das ist so ein großer Erfolg, das Sensible Soccer, dass Sensible Software jetzt in der Folge eigentlich die Sensible Soccer-Firma wird. Die haben ja parallel noch Canon vor dem Markt und machen da auch noch einen zweiten Teil. Aber danach wird es mit Ausnahme von diesem Sensible Golf eigentlich nur noch Sensible Soccer-Updates. Und auch, wenn wir jetzt schon beschrieben haben, dass mit Sensible World of Soccer dann neue Sachen wie der Karrieremodus und so reinkommen und auch immer wieder Tweaks und Verbesserungen an der eigentlichen Spielmechanik, ist das im Endeffekt das gleiche Spiel. Nochmal und nochmal und nochmal bis 1996, wo Sensible World of Soccer 96, 97 rauskommt. Dann kommt 1997 der Sprung, dann erscheint Sensible Soccer 98, jetzt mit meiner 3D-Engine. Und da ist es vorbei mit Sensible Soccer. Das gilt, glaube ich, aus eigener Anschauung kann ich es nicht bestätigen, aber das gilt allenthalben als ein enttäuschendes Spiel. Unter anderem auch, weil die Magie, der Charme des alten 2D-Pixel-Art-Sensible Soccer damit völlig verloren geht, aber auch das Spielgefühl. Und das ist der Todesstoß der Serie. Ja, genau. Der John Herr macht übrigens dieser Tage ein Spiel, das Sensible Soccer heißt, in verschiedenen Varianten. Es gibt jetzt relativ zeitnah zu dem, wo wir das hier aufnehmen, Sensible Soccer 24, das so ein modernerer Take auf seine alte Idee ist. Ich habe das leider nicht gespielt bis jetzt und kann das nicht sagen, ob ihm das gelungen ist. Ich kann nur sagen, er war da sehr überzeugt von. Okay. Ja, dann das Interview mit John Herr, aus dem ihr ja jetzt schon Ausschnitte gehört habt in dieser Folge, das veröffentlichen wir auch nochmal als separates Interview wie gehabt. Und wir kramen nochmal in unseren Unterlagen, Gunnar, ob noch irgendwelche ungesagten Dinge uns auffallen. Dann gibt es vielleicht nochmal eine Wusste-die-eigentlich-Folge nachgereicht für Unterstützer. Aber da müssen wir mal schauen, ob wir da genügend finden. Genau. Und ansonsten, danke Christian, dass du das hier durchgestanden hast mit mir. War nicht schlimm. Das war super lehrreich. Ich finde das total faszinierend. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.